Herzlich willkommen zur Lage der Nation, die Ausgabenummer 167 vom 1. Dezember 2019. Die Lage ist zurück aus einer kleinen Reisepause. Ich heiße immer noch Philipp Banse. Und bis gut erholt zurück. Und auf der anderen Seite des Tisches sitzt ihm gegenüber Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Jurist aus Berlin und freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht sogar zum ersten Mal. Wir haben hier noch nie gesetzt, die Leute. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir sind hier im Podcast. Also Kinder, schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oder auch, dass du zum ersten Mal dabei bist, wenn es wieder heißt, willkommen zum politischen Geschehen in Deutschland und der Welt, dass wir an dieser Stelle zusammenkehren. Und nach gewohntem Brauch haben wir am Anfang so ein paar Mitteilungen in einer Sache. Genau, in eigener Sache. Da geht es natürlich in erster Linie um die diversen Live-Shows, die demnächst anstehen. Da ist natürlich zum einen die Lage live am 14.12. in Leipzig. Genau, die letzte Lage live im Jahr 2019. Letzte Chance. Entkommt dem Weihnachtstrubel und Fahrt nach Leipzig. Oder wenn ihr in Leipzig seid, klickt euch auch ein Ticket. Kommt vorbei. Wir haben da einen sehr schönen Saal gebucht im Leipziger Westen, da um die Ecke vom Lindenauer Markt und freuen uns sehr, mit euch zusammen eine Show aufzunehmen. Genau. Und dann gibt es noch drei weitere Shows im Januar. Nämlich zum einen in Hannover am 9. Januar und Freiburg am 12. Januar. Köln am 10. ist schon ausverkauft. Für die anderen gibt es noch Tickets. Deswegen schlag zu unter lage.live. Ist auch ein super Weihnachtsgeschenk, würde ich sagen. Genau. Also das haben wir jetzt gesehen bei der letzten Show in Münster vor ein paar Wochen. Da gab es ganz viele Kinder, die quasi ihren Eltern ein Geschenk gemacht hatten. Eltern, die ihren Kindern ein Geschenk gemacht haben. Das wäre doch eine Idee. Familienausflug zur Lage live nach Hannover oder nach Freiburg. Genau. Klickt euch das, packt es ein in ein schönes Briefchen. Habt da ein Geschenk für die Eltern oder für die Kinder. Freuen wir uns. Unter lage.live. Dann noch eine Hausmitteilung. Wir haben ein neues Konto, ein neues Geschäfts-, ein neues Lagekonto gefunden. Genau. Gefunden. Ja, war nicht ganz so einfach. Wir haben ja so ein paar Kriterien. Onlinekonto muss es natürlich sein. Und das ist überraschend schwierig, ein Konto aufzumachen in Deutschland. Aber jetzt haben wir eins gefunden bei einem Anbieter, mit dem wir im Grunde auch sehr glücklich sind. Ein Bankheister. B-U-N-Q. Genau. Und wir bitten alle Menschen, die uns mit Spenden unterstützen, Daueraufträgen insbesondere, bitte stellt sie um, auf unsere neue Kontoverbindung. Die findet ihr unter lagedernation.org slash Konto. Lagedernation.org slash Konto. Dort findet ihr unsere neue Kontoverbindung. Und zwar möglichst bald. Wir hatten schon allen, die uns in letzter Zeit mal was gespendet hatten, einen Cent überwiesen mit dem Link auf die neue Kontoverbindung. So quasi als kleinen Hinweis. Liebe Leute, da gibt es ein neues Konto. Denn das alte ist gekündigt worden. Diese Bank, bei der wir bisher waren, hat uns das Konto gekündigt. Wir haben einfach formlos einen Brief. Wir kündigen dieses Konto. Zwei Monate Frist. Danke. Service Wüste Deutschland. Insofern freuen wir uns, dass wir jetzt ein anderes haben, bei der alten Bank nicht mehr zu sein. Aber wie gesagt, für euch bedeutet es leider, bitte einmal kurz reinklicken in euer Online-Banking und die neue Kontoverbindung angeben unter lagedernation.org slash Konto. Klimaneutral zu leben, das ist ja bislang eigentlich kaum möglich. Was ihr aber wirklich alle fürs Klima tun könnt, ist Ökostrom nutzen. Nun ist aber Ökostrom nicht gleich Ökostrom. Es ist nämlich ziemlich leicht, Kohlestrom als Ökostrom zu vermarkten. Man kauft einfach Ökostrom-Herkunftsnachweise zum Beispiel aus Norwegen, wo fast nur Ökostrom erzeugt wird und wo diese Herkunftsnachweise niemanden wirklich interessieren. Weil eh alle wissen, dass echter Ökostrom aus der Steckdose kommt. Und deswegen verkaufen die Norweger ihre Ökostrom-Zertifikate für ein paar Cent zum Beispiel nach Deutschland. Und hier kleben dann Firmen das auf ihren Kohlestrom und verkaufen ihn als hochwertigen Ökostrom. Fast die Hälfte des Ökostroms in Deutschland wird so erzeugt, hat das Umweltbundesamt kürzlich bestätigt. Das ist legal, bringt aber die Energiewende hierzulande natürlich null voran. Und deswegen ist es so wichtig, echten Ökostrom zu kaufen, damit hierzulande mehr Windräder und Solaranlagen entstehen. Diesen echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Unternehmen Naturstrom. Ökostrom direkt aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem überweist Naturstrom pro von euch gebrauchter Kilowattstunde einen fixen und zusätzlichen Förderbeitrag für den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, passieren drei tolle Sachen auf einmal. Das Klima sagt Danke. Zweitens, ihr bekommt 50 Euro Startguthaben und drittens, die Lage bekommt auch nochmal 20 Euro überwiesen. Geht also einfach zu naturstrom.de-lage. Könnt ihr jetzt gleich machen, während die Lage läuft, während ihr die Lage hört. Naturstrom.de-lage. Gibt wirklich keinen Grund, das nicht zu machen. Ist super einfach, kann nix schief gehen. Auf geht's. Werbung. Ja, und da sind wir wieder und die Nachricht der Woche lautet natürlich, die Basis der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hat in einem Mitgliederentscheid entschieden, wer die neue Spitze der Partei bilden soll, Philipp. Ja, und das Ergebnis ist knapp, aber doch eindeutig. Ulla Schotz, also das Duo Scholz und Geiwitz hat 45 Prozent bekommen und das Duo Esken-Novabo hat 53 Prozent der Stimmen bekommen. Die Konsequenzen sind, das hatten wir ja auch schon mal erklärt, der SPD-Parteitag am 6. bis 8. Dezember wird diesen, ja, wird darüber jetzt nochmal abstimmen, das muss gemacht werden, aber wahrscheinlich werden sie die beiden als neue Vorsitzende der SPD wählen. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Genau, wird allgemein damit gerechnet, dass die Interimsvorsitzende Malu Dreyer die beiden vorschlagen wird und dass der Parteitag dann diesem Vorschlag auch folgen wird. Und damit kommen wir zu einem zwei Kurzporträts. Wir dachten uns, die kommenden SPD-Vorsitzenden sollten unsere Hörerinnen und Hörer natürlich wenigstens so ein bisschen vor Augen haben. Zunächst mal Saskia Esken. Das hatten wir ja in der Lage, in Live-Instagramm. Genau, ist Lagehörern und Hörerinnen schon ein wenig bekannt. Sie ist 58 Jahre alt, seit rund 30 Jahren schon Mitglied in der SPD, staatlich geprüfte Informatikerin und hat auch tatsächlich jahrelange Erfahrung als Softwareentwicklerin. Hat dann eine Weile eine Familienpause eingelegt, hat drei Kinder bekommen mit ihrem Mann zusammen und ist nun über die Landesliste Baden-Württemberg der SPD seit 2013 im Bundestag. Das ist also gerade ihre zweite Legislaturperiode, genau, ihre zweite. Und ihre inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Bildungs- und der Netzpolitik. Ist ehrlich gesagt vermutlich die SPD-Bundestagsabgeordnete, mit der ich schon seit Jahren so den engsten Draht habe. Wir haben also inhaltlich schon an vielen Stellen zusammengearbeitet. Was mir persönlich sympathisch ist, dass sie sich stets gegen zu viel staatliche Überwachung ausgesprochen hatte, unter anderem gegen die Vorratsdatenspeicherung und gegen Staatstrojaner. Und, Disclaimer, sie ist auch Fördermitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich ja bin. Dann gibt es Norbert Walter-Borjans, Sohn eines Schreiners und einer Schreinerin, hat man ja auch nicht so oft, hat Abitur gemacht. Er ist Schneiderin, das ist ein Tipp wieder. Ah, okay, also Schreiner und Schneiderin, hat Abitur gemacht, Studium, hat er die Volkswirtschaft gewählt und auch promoviert, verheiratet vier Kinder und von 1984 bis 2005 in verschiedenen Funktionen der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und des Saarlands ist er tätig gewesen, unter anderem lange für Johannes Rau. Er ist Mitbegründer des Verkehrsklubs Deutschland, also so einem ökologisch inspirierten Verein, der sich ja für die Verkehrswende in Deutschland einsetzt. Er hat Erfahrung in der Privatwirtschaft und in der Kommunalverwaltung der Stadt Köln, war da Stadtkämmerer vier Jahre lang. Außerdem war er Finanzminister und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, sieben Jahre von 2010 bis 2017 und hat sich einen Namen gemacht, insbesondere im Kampf gegen Steuerhinterziehung, für den er auch Steuer-CDs angekauft hat. Genau, vielleicht so ganz kurze Fußnote der Steuer-CDs, das bedeutet, dass er sich darum bemüht hat, quasi geleakte CDs zu kaufen von zum Beispiel Banken aus der Schweiz und aus Luxemburg, wo dann eben Daten von Steuerhinterziehern drauf waren. Das hat ihm damals auch Kritik eingebracht, weil man natürlich gesagt hat, na okay, also diese CDs sind ja illegal weitergegeben worden. Kann man nicht belohnen, dass das geklärt wird. Kann man nicht noch belohnen, auf der anderen Seite sieht man daran schon, dass er eben wirklich engagierte, klare Kante gezeigt hat gegen Steuerhinterziehung und das ist so ein bisschen zu seinem Markenzeichen geworden. Ja, beide gelten als relativ links, was immer das jetzt konkret heißen mag, aber Positionen, mit denen sie schon aufgefallen sind, eben mehr Bürgerrechte, insbesondere Saskia Esken, habe ich gerade schon erwähnt, gegen staatliche Überwachung, aber auch vor allem mehr soziale Gerechtigkeit. Sie gelten als Gegner des klassischen Regimes von Hartz IV und wollen auch beide mehr Raum lassen für Ökologie. Das ist in der SPD ja auch nicht selbstverständlich, da gibt es ja auch immer noch breite Kreise, die zum Beispiel sagen, na wir müssen beim Thema Kohle, vor allem Kohlestrom, Braunkohle und so vor allem an die Arbeitsplätze denken. Das sehen die beiden so ein bisschen anders. Wie gesagt, was ich auch nicht wusste und jetzt bei der Recherche zu dieser Sendung gelernt habe, ist eben, dass Norbert Walter-Borjans sich auch schon seit über 30 Jahren eben für eine ökologische Verkehrswende einsetzt. Ja, also sie sind beide, glaube ich, kann man sagen, relativ unabhängig vom Establishment der SPD. Ja, das scheint mir eine ganz zentrale Eigenschaft zu sein. Was heißt das denn? Naja, also das SPD-Establishment bedeutet ja im Prinzip vor allem das Willy-Brandt-Haus, die ganzen Funktionäre, die im Willy-Brandt-Haus sitzen, vor allem natürlich an der Spitze Lars Klingbeil als Generalsekretär der SPD. Und diese große Unabhängigkeit, man kann schon sagen, das Establishment der Partei hatte sich doch relativ deutlich, manchmal zwischen den Zeilen, manchmal auch explizit für Olaf Scholz und Klara Geiwitz ausgesprochen. Das heißt also, die sind ganz sicher nicht auf dem Partei-Establishment-Ticket jetzt gewählt worden von der Basis. Und diese Unabhängigkeit von den Funktionären ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Vorteil, wenn man inhaltlich Akzente setzen will. Denn dieses Establishment hatte ja Martin Schulz 2017 innerhalb von wenigen Wochen erdrückt. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht. Kann man nachlesen bei Markus Feldenkirchen, dieser relativ anschaulichen Reportage, wie Schulz da zwischen sich und diesem Establishment hin- und hergerissen war. Ja, und auch letztlich zerrieben wurde und inhaltlich komplett gleichgeschaltet wurde von den Leuten, die da in der SPD-Zentrale irgendwie die Spin-Doktors spielen. Und wenn Nadwin jetzt tatsächlich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eigene Akzente setzen wollen, wenn sie inhaltlich einen neuen Kurs durchsetzen wollen in der SPD, dann müssen sie einfach diesen Funktionären sagen, wo der Hammer hängt. Und deswegen wird eine ganz wichtige Frage sein, der aus meiner Sicht vielleicht sogar die zentrale Frage für die nächsten Wochen, was wird sich im Willy-Brandt-Haus ändern? Insbesondere, was wird zum Beispiel mit Lars Klingbeil? Ja, ich weiß nicht, Philipp, du kennst ihn ja auch so ein bisschen. Persönlich finde ich einen total angenehmer Mensch, richtig netter Mensch. Aber er ist eben auch ein Mann der alten Garde, er ist ein Mann von Scholz und er hat zum Beispiel Saskia Esken gnadenlos übergangen, als es um Lars Klingbeils eigene Nachfolger als netzpolitischer Sprecher ging. Hätte sie als Vize damals eigentlich Nachfolgerin werden müssen. Das ist nicht passiert, hatten wir in der Lage schon mal. Deswegen also das Verhältnis zwischen Lars Klingbeil und der neuen Spitze ist zumindest unklar. Müssen wir mal schauen, ob er noch eine Zukunft hat und wer ihm gegebenenfalls sonst nachfällt. Jetzt könnte man ja argumentieren, mein Gott, warum redet man so viel über die neue Führung einer Minipartei, die die SPD ja geworden ist. Naja, 15 Prozent haben wir schon. Keine Ahnung, aber es ist schon wirklich eine Partei unter vielen letztlich. Aber sie sitzt eben in der Regierung und sie bildet mit der CDU zusammen die Große Koalition. Und das ist jetzt dreimal interessant, weil unter Olaf Scholz wäre das wahrscheinlich ungefragt so weitergegangen. Da hätte es jetzt keine großen Diskussionen gegeben. Dafür hat er ja offen geworben. Da hat er für offen geworben. Bei Esken und Walter Beuerns ist das nämlich anders. Die wollen den Koalitionsvertrag nachverhandeln. Die haben inhaltliche Punkte, vor allen Dingen Saskia Esken hat sie genannt, quasi Bedingungen genannt für die Fortsetzung der Großen Koalition. Denn die soll ja überprüft werden, unter anderem auf diesem Parteitag der SPD. Da wollen die sich die Frage stellen, wollen wir weitermachen oder nicht. Und Saskia Esken hat vor einigen Wochen schon gesagt, ihre Bedingung ist steigender Mindestlohn. Ich glaube 12 Euro hat sie genannt. Und zwar sofort das Ende der schwarzen Null. Also die Idee, dass wir keine neuen Schulden machen, sondern dass wir investieren müssen, vor allen Dingen in Schulen und Bildung. Also die Idee, muss man klarstellen, also es soll die Idee quasi nicht mehr gelten, dass keine neuen Schulden gemacht werden. Stattdessen sollen wieder Schulden gemacht werden, um investieren zu können. Richtig, genau, das ist die Idee. Und sie verlangt mehr Klimaschutz. So, das ist natürlich, kommen wir nachher auch mal drauf zu sprechen, brisantes Thema. Und das klang zumindest so, wie Esken das bisher immer formuliert hat. Wenn das nicht kommt, dann geht es halt nicht weiter mit der GroKo. Genau, und da stellt sich natürlich die Frage, warum sollte die Union das mitmachen? Man muss ja sehen, die beiden Unionsparteien, also CDU und CSU, stehen beide unter großem Druck der Basis, dass sie doch die konservativen Werte wieder stärker machen sollen. Das heißt also, viele Menschen in den beiden Unionsparteien sind ohnehin schon der Meinung, dass dieser Koalitionsvertrag, so wie er bisher geschlossen ist, zu viele Akzente der SPD setzt, zu viel sozialdemokratische Handschrift trägt. Ja, die viele in der SPD sehen das offensichtlich genau anders und haben deswegen für Esken und Norbert Walter-Beuerns gestimmt. Aber wie gesagt, in den Unionsparteien gibt es große Unzufriedenheit, zu viel SPD im Koalitionsvertrag, zu viel SPD in der Linie der Koalition. Deswegen ist es für die Führung der Union kaum möglich, überhaupt weitere Zugeständnisse zu machen. Ich sehe jedenfalls nicht, wo dafür Mehrheiten in der Union herkommen sollen. Mit anderen Worten, diese Forderungen von Saskia Esken insbesondere, aber man kann davon ausgehen, dass es jedenfalls im Kern die Forderung der SPD sein werden. Diese Forderungen werden in den Unionsparteien schwer vermittelt. Ja, und jetzt ist die Frage, wie die SPD die Koalition platzen lassen kann. Nun, indem sie einfach ihre Minister abzieht und sagt, wir ziehen die raus aus der Regierung, die Ministerien sind dann frei. Da wäre es wahrscheinlich wichtig und ganz entscheidend, wie das kommuniziert wird. Also das kann ja total beleidigt und destruktiv rüberkommen. Ja, oder als Machtspielchen, schlimmstenfalls. Dass wir irgendwie Flagge zeigen wollen. Oder man kann es halt wirklich, wenn sie es schaffen, inhaltlich begründen. Ja, dass man eben sagt, das sind unsere Ziele, das sind unsere Vorstellungen, das sind unsere Bedingungen. Das ist jetzt hier ein bisschen ein neues Spielfeld, das kam alles zu kurz. Und darüber haben wir jetzt eine Weile geredet. Dabei ist nichts rumgekommen. Und deswegen ist diese GroKo für uns nicht mehr tragbar und wir ziehen die Minister zurück. Genau, das wäre dann genau das, was jedenfalls viele Menschen in der SPD sich offenbar wünschen. Mehr Profil, ja, überhaupt mehr Profil, mehr Erkennbarkeit. Wofür steht die SPD? Und dann natürlich auch ganz bestimmte Positionen. Wir haben eben schon einige davon genannt, für die Esken und Norbert Walter-Borjans stehen. So, das taktische Problem für die neue SPD-Spitze wird allerdings sein, sie haben kein Amt in der SPD-Fraktion. Also sie ist ja, also zumindest Esken ist ja in der Bundestagsfraktion, aber sie hat kein Amt. Also sie ist weder Vize-Vorsitzende noch Vorsitzende noch irgendwas. Genau, und Norbert Walter-Borjans ist überhaupt kein, ist überhaupt nicht mal ein Mitglied der SPD-Fraktion, soweit ich sehe. Oder ist er Bundestagsabgeordnete? Nein, 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 ich glaube nicht. Jedenfalls können wir mal kurz klären. Das bedeutet mit anderen Worten, die beiden haben eigentlich in der SPD-Fraktion keine eigene Machtbasis. Und diese SPD-Fraktion will im Moment mehrheitlich gerade noch keinen Bruch der GroKo. Denn in der Fraktion gibt es eine große Sorge, dass dann, wenn jetzt diese Koalition tatsächlich scheitert, relativ bald Neuwahlen kommen würden. Und wenn jetzt tatsächlich neu gewählt würde, ja, dann würde Stand heute wegen der Schwäche der SPD in den Umfragen etwa ein Drittel der derzeitigen SPD-Abgeordneten kein neues Bundestagsmandat bekommen. Mit anderen Worten, in der Fraktion gibt es einen großen Druck quasi zum Weiter-so oder große Sympathien für ein Weiter-so, einfach um das schöne Bundestagsmandat noch ein paar Jahre behalten zu können. Auf der anderen Seite muss man sehen, irgendwann wird eh gewählt. Und auf der anderen Seite ist ein Aufschwung der SPD in einer GroKo, ein Aufschwung in der Wählergunst praktisch ausgeschlossen. Denn die SPD hat ja relativ viel vom GroKo-Koalitionsvertrag tatsächlich schon umgesetzt. Das heißt also, wer jetzt die GroKo fortsetzen will, der kämpft letztlich für den Spatz in der Hand. Der kämpft für das Mandat, das er jetzt hat oder das sie jetzt hat und das dicke Ende kommt dann 2021. Denn letztlich weiß niemand, wie die SPD in so einer großen Koalition ein eigenes Profil entwickeln könnte, das sie dann erheblich über den derzeitigen Stand von circa 15 Prozent in der sogenannten Sonntagsfrage bringen. Mit anderen Worten, die einzige Chance für die SPD, um tatsächlich Profil zu gewinnen, könnte, das ist jedenfalls wohl die Position von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, sein, diese GroKo zu verlassen und neu an Profil zu gewinnen, damit man bei der nächsten Bundestagswahl wieder mehr Prozente bekommt als die derzeit prognostizierten 15 Prozent. Genau, also Borjans, das sagt zumindest Bundestag.de ist dort nicht als Abgeordnete. Genau, das war auch mein Stand. Wir haben es noch kurz recherchiert, sicherheitshalber, aber das war auch mein Stand. Gut, ja, aber Philipp, die zentrale Frage ist, bedeutet denn so ein Ende der GroKo, ein Rückzug der SPD-Ministerinnen und Minister, bedeutet es eigentlich wirklich sofortige Neuwahlen? Also das haben wir ja schon öfter besprochen, das ist eigentlich eher unwahrscheinlich, denn Neuwahlen sind ja sehr schwer zu erreichen, denn praktisch gibt es Neuwahlen nur dann, wenn Merkel eine Vertrauensfrage im Bundestag stellt und die dann eben auch verliert. Dann kann, und das wird ja häufig auch vergessen, kann der Bundespräsident Steinmeier den Bundestag auflösen, muss es aber nicht tun, das ist kein Automatismus. Genau, das heißt also mit anderen Worten, selbst wenn die SPD aus der GroKo austritt, dann bedeutet das nicht automatisch, dass tatsächlich neu gewählt werden muss. Ganz im Gegenteil, das Grundgesetz ist ja geschrieben worden, 1948, 1949, basierend auf den Erfahrungen mit gerade der Endphase der Weimarer Republik, wo ständig der Reichstag neu gewählt werden musste und deswegen haben es die Mütter und Väter des Grundgesetzes eben gerade etwas schwerer gemacht, den Bundestag aufzulösen und es ist also alles andere als klar, dass bei einem solchen Auszug der SPD Ministerinnen und Minister tatsächlich gleich Neuwahlen anstünden. Okay, aber was würde das denn bedeuten? Also wenn die SPD ihre Minister zurückzieht, dann wäre Merkel Chefin einer Minderheitsregierung. Also es gibt eine Regierung, aber die hat im Bundestag keine Mehrheit. Ganz genau, das ist eben die Konstruktion unter dem Grundgesetz. Die Bundeskanzlerin bleibt im Amt, auch wenn sie akut keine Koalition mehr hinter sich hat, keine Mehrheit im Bundestag hat und sie könnte sogar sämtliche Ministerien mit Unionsleuten besetzen. Das heißt, sie bleibt Kanzlerin, wenn sie einmal gewählt ist, ist sie im Amt und sie hat dann die Möglichkeit, dem Bundespräsidenten eigene Leute zur Ernennung als Bundesminister in den verschiedenen Ministerien vorzuschlagen. Und weil der Haushalt für das Jahr 2020 schon vom Bundestag beschlossen worden ist, das zentrale Gesetz einfach für jede Regierung, könnte die Bundesregierung noch mindestens ein Jahr weitermachen. Das heißt, Deutschland hätte dann vorübergehend, wenn Angela Merkel das will, jedenfalls bis Ende 2020 eine Unions-Alleine. Aber warum sollte sie das machen? Genau, das ist so die zentrale Frage. Warum sollte sie nicht die Vertrauensfrage stellen? Sie kann natürlich versuchen, Neuwahlen anzustreben. Allerdings ist sehr die Frage, was das bringen würde, denn sie will ja ohnehin nicht nochmal antreten bei einer Bundestagswahl. Das heißt, dann würde die Union von heute auf morgen entscheiden müssen, wer in eine solche Bundestagswahl als Kandidatin oder Kandidat gehen soll. Das heißt, dann würde der Konflikt zwischen Friedrich Merz und AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer wieder voll aufbrechen. Beide sind im Grunde momentan nicht in der Lage, so einen Bundestagswahlkampf zu bestreiten. Beide sind ja nicht wirklich kampagnenfähig. Auch die CDU diskutiert intern noch über ihre Linie. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das aus Sicht der Union eine strategisch wirklich gute Idee wäre, jetzt sofort Bundestagswahlen anzustreben. Einfach weil sie ja auch in den Umfragen nicht so wahnsinnig gut dasteht und die Grünen insbesondere relativ gut dastehen. Das heißt also... Und gerade jetzt auch in Zeiten, wo Klimawandel und Klimapolitik so enorm wichtig ist und bei den Leuten so hoch angesehen ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus Sicht der allermeisten Parteien, eigentlich außer der Grünen, spricht sehr viel dafür, so eine Phase der Minderheitsregierung wenigstens noch für einen Übergangszeitraum mitzumachen. Und zwar einfach deswegen, weil wir dann eben eine Einheitsregierung, nicht eine Einheitsregierung, aber eine Alleinregierung der Union hätten auf der anderen Seite. Sämtliche anderen Parteien im Bundestag wären in der Opposition. Und das würde konkret bedeuten, dass im Grunde alle Fraktionen im Bundestag ein neues Profil gewinnen könnten, indem sie eben Gegenpositionen zur alleinregierenden Union vertreten. Beziehungsweise die Union könnte eben als dann alleinregierende Partei ihr Programm innerhalb der geltenden Gesetze jedenfalls mehr oder weniger in Reinkultur vertreten. Alle Parteien würden im Grunde klarer erkennbar mit dem, wofür sie stehen. Die Union könnte jedenfalls in der Exekutive, im Rahmen der Gesetze, die schon beschlossen sind, weitgehend ihr Ding machen. Und die Parteien würden dann allesamt für die nächste Bundestagswahl programmatisch klarer. Und außerdem muss man sehen, dass eine Bundestagswahl auch zeitlich schon ganz schwierig würde. Denn in der zweiten Jahreshälfte 2020 ist Stabilität in Deutschland ganz besonders wichtig, weil Deutschland da die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union innehaben wird. Mit anderen Worten, wenn jetzt im Frühjahr 2020 der Bundestag neu gewählt würde, dann wäre die Bundesregierung mit etwas Glück im Mai, Juni nächsten Jahres im Amt und müsste dann sofort über Nacht quasi die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Das funktioniert nicht. Also spricht schon quasi aus außenpolitischen, europapolitischen Gründen sehr viel dafür, jetzt nicht die Bundesregierung abzusägen. Deswegen glaube ich schon, wenn wir jetzt tatsächlich erleben würden, dass die SPD auszieht aus der Bundesregierung, ist aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass Angela Merkel jedenfalls noch bis Ende 2020 mitmacht. Und das hätte aus meiner Sicht, neben den Dingen, die ich schon genannt habe, auch eine interessante Perspektive oder es würde eine interessante Perspektive für den Bundestag, man könnte soweit gehen zu sagen, das könnte eine Sternstunde des Parlaments werden. Naja, weil es halt keinen Koalitionszwang gibt, sondern weil eben die Fraktionen völlig inhaltlich frei sind, in dem wie sie abstimmen. Ganz genau. Ich finde das total spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja auch kein Geheimnis. Das hatten wir beiden ja auch schon diskutiert, als es nach der Bundestagswahl 2017 so schwer war, überhaupt eine Regierung zu formen. Ich finde das eine ausgesprochen spannende Option, jedenfalls für eine Übergangszeit. Wie gesagt, zum einen, um das Profil der verschiedenen Parteien zu schärfen. Wir wissen, dieses Abschleifen des Unionsprofils, des SPD-Profils in der GroKo stärkt im Wesentlichen die AfD. Und außerdem gäbe es dann vielleicht eine Chance sogar für Mehrheiten im Bundestag für verschiedene progressive Ideen. Also ich habe jetzt mal so ein kleines Brainstorming hier gemacht bei uns im PET. Abschaffung des Paragrafen 219a der Strafgesetzbuchs. Die Geschichte mit dem sogenannten Werbeverbot für Abtreibungen, das aber ja viel weiter ist, das ja auch in der heutigen reformierten Fassung immer noch verbietet, dass Ärztinnen und Ärzte im Internet ganz neutral darüber informieren, zum Beispiel mit welchen Methoden sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Ja, gerade ist bekannt geworden in dieser Woche, dass eine Ärztin in Berlin jetzt rechtskräftig verurteilt ist. Einfach nur, weil sie geschrieben hat, dass sie bestimmte Methoden des Schwangerschaftsabbruchs vornimmt in ihrer Praxis. Ja, und dass das allen Ernstes nach wie vor noch verboten sein soll, da fassen sich viele Menschen an den Kopf. Dafür gibt es eine klare Mehrheit im Deutschen Bundestag. Für die Abschaffung. Ja, für die Abschaffung dieser Norm. Nur die Union blockiert das. Und in einer solchen Phase, wo die Union alleine regiert, ohne GroKo, gäbe es für die SPD-Fraktion keinen Zwang mehr. Das heißt, die könnten sich mit den Grünen, den Linken und der FDP zusammentun und diese Norm innerhalb von ein paar Wochen aus dem Gesetzbuch kegeln. Oder Mobilfunk, besser regulieren, weniger Funklöcher, ökologische Wände, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Da lässt es sich sicherlich auch viel machen bei der CO2-Besteuerung beispielsweise. Ganz genau. Ja, wo man hohere Preise durchsetzen könnte, schließen könnte. Also deswegen spreche ich so ein bisschen von einer möglichen Sternenstunde des Deutschen Bundestages. Einfach, weil nicht nur die beiden GroKo oder generell die Regierungsfraktionen Gestaltungsmacht hätten. Sondern im Grunde hätte jede Fraktion im Deutschen Bundestag die Möglichkeit, Vorschläge zu machen und sich dann auf die Suche zu machen nach Mehrheiten. Das könnte also wirklich eine Zeit sein, wo die Parlamentarier mal am Zug sind. Aber gleichzeitig sitzen in den Ministerien Unionsminister, die dann auch machen könnten, was sie wollten, im Rahmen der Gesetze. Ganz genau. Die Union könnte in den Ministerien ihrerseits eine harte, konservative Politik fahren, was natürlich bedeuten würde, also wir haben wiederum kleines Brainstorming, ganz kleiner Ausschnitt dessen, was man machen könnte. Die könnten zum Beispiel ökologische Projekte oder Projekte gegen Rechtsradikale weniger fördern. Das haben sie in den Ministerien weitgehend in der Hand, wie sie Geld ausgeben im Rahmen der Gesetze. Oder sie könnten zum Beispiel sagen, wir fördern jetzt mehr den Straßenbau und geben weniger Geld für die Bahn. Sofern das nicht schon gesetzlich beschlossen ist, könnten sie da an den Stellschrauben bringen. Der Herzwegeplan ist ja relativ langwierig. Aber genau, also es gibt natürlich, natürlich haben die Ministerien viel Spielraum in dem, was sie machen, ohne jedes Mal das Parlament zu fragen. Also da wäre eine Menge möglich. Wie gesagt, der spannende Termin ist dann 6. bis 8. Dezember, der Parteitag der SPD. Da werden wir, glaube ich, in der Ecke schlauer sein. Da werden wir in der Ecke schlauer sein. Da stehen eben nicht nur die Wahlen an, die jetzt relativ klar vorgezeichnet sind, sondern da wird die SPD sich, denke ich, auch positionieren zum Umgang mit der Union und zur Fortsetzung der GroKo. Und wie gesagt, wir haben Perspektiven aufgezeigt. Es kann sein, dass, wenn die SPD die GroKo verlässt, tatsächlich Neuwahlen kommen über so eine verlorene Vertrauensfrage. Es kann aber sehr gut sein und dafür spricht aus meiner Sicht eigentlich mehr für praktisch alle Parteien außer der Grünen. Es kann auch gut sein, dass es eine Weile eine Minderheitsregierung gäbe und damit diese, wie ich mir persönlich jedenfalls erhoffe, Sternenstunde des Bundestags. Wir sind gespannt. Werbung. Kunst ist ja dafür da, um angesehen zu werden. Doch in der großen Van Gogh-Ausstellung im Frankfurter Städelmuseum, da ist gerade ein Gemälde nicht zu sehen. Stattdessen ein leerer Bilderrahmen. In ihm hing einmal das Bildnis des Dr. Gachet, das letzte Porträt von Vincent Van Gogh. Heute ist das Gemälde eine Legende. 1937 haben es die Nationalsozialisten aus dem Städelmuseum nämlich beschlagnahmt und zur, in Anführungsstrichen, entarteten Kunst erklärt. Und vor 30 Jahren wurde es als das teuerste Gemälde aller Zeiten versteigert. Und seitdem ist es aus der Öffentlichkeit verschwunden. Die Podcast-Serie Finding Van Gogh des Städelmuseums macht sich auf die Suche nach diesem legendären Meisterwerk. Die Journalist Johannes Nickelmann ist dafür durch Europa und in die USA gereist, hat mit Zeitzeugen und Experten gesprochen. Und sie erzählen, wie das Gemälde zum Spiegel politischer und gesellschaftlicher Ereignisse wurde, wie es sich mit persönlichen Schicksalen verbunden hat. Und sie geben Eindrücke in die Mechanismen des Kunstmarkts. Finding Van Gogh gibt es auf Deutsch und Englisch überall da, wo ihr eure Podcasts hört und findet und auf findingvangoch.de. Werbung. Ja, in Braunschweig hat diese Woche auch noch der Bundesparteitag der AfD stattgefunden. Und es wurde ein neues Vorsitzende-Team gewählt, der Bundessprecher Jörg Meuthen wurde wiedergewählt. Herr Gauland aus Altersgründen ist nicht mehr angetreten. Dafür wurde ein Mann namens Tino, wie heißt er aus? Kruppaller. Kruppaller? So hört man im Deutschlandfunk. Okay, Kruppaller gewählt. Wer ist das? Ja, Tino Kruppaller ist 44 Jahre alt, Maler und Lackierermeister und er passt damit in das insbesondere ja von Herrn Gauland vertretene Konzept von der AfD als Partei für die sogenannten kleinen Leute. Herr Kruppaller hat 2017 in Sachsen einen Direktmandat errungen. Übrigens das Mandat, das das vorher Herr Kretschmer hatte, der jetzt in Sachsen Ministerpräsident ist. Und auch Herr Kruppaller wirbt um die bürgerliche Mitte, daher spricht er sich immer wieder gegen allzu drastische Sprüche aus, um eben diese bürgerliche Mitte nicht zu verschrecken. Jetzt wurde er allerdings in sein Amt als zweiter Bundessprecher gewählt, ausgerechnet mit Unterstützung des Flügels der extrem rechten Strömung innerhalb der AfD. Ja, Björn Höcke, Landesvorsitzender, nee, Landesvorsitzender ist ja in Thüringen, der AfD und Chef dieses Flügels, das ja kein richtiger Verein ist und keine richtige Vereinigung, sondern eine Strömung. Informeller, informeller Zusammenschluss, Extremrechter in der AfD, der sagt, wir sagen ja zu Kruppaller. Ja, Kruppaller ist selber aber kein Flügelmitglied. Genau, ist kein Flügelmitglied, muss man sagen. Noch eine zweite ganz interessante Entscheidung, die AfD hat auf ihrem Parteitag auch darüber abgestimmt, wie es denn mit den sogenannten Identitären steht, so einer rechtsextremen Bewegung, die ursprünglich glaube ich vor allem so Überschneidung hatte mit dem NPD-Umfeld und mit anderen wirklich hardcore rechtsradikalen Bewegungen. Bislang gibt es da so einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss, das heißt, man kann nicht Mitglied der Identitären Bewegung und der AfD sein und da hatten einige sehr Rechte in der AfD den Antrag gestellt, diese Unvereinbarkeit abzuschaffen. Dieser Antrag ist nicht beschlossen worden, das heißt also interessanterweise hat die FDP, hat die AfD sich nicht noch weiter formal geöffnet gegenüber der Identitären Bewegung. Auf der anderen Seite hat man sich mit der Wahl von Herrn Kruppaller inhaltlich aber auch gerade an der Spitze wieder sehr weit rechts positioniert und ein Korrespondent der Süddeutschen Zeitung sagte da im SZ-Podcast zu diesem Thema, naja klar, damit haben sie im Grunde an der Spitze einfach nur den Rechtsschwenk nachvollzogen, den die Partei einfach in den letzten Jahren ohnehin inhaltlich schon vollzogen hatte. Ja, also ich finde, also was da im Vorfeld auch noch veröffentlicht wurde, ist eine repräsentative Umfrage von Forsa und die haben, denke ich, jetzt ein für alle Mal mit der These aufgeräumt, dass AfD-Wähler die AfD wählen aus Protest, sondern auch diese Umfrage hat ans Tageslicht gebracht, dass AfD-Wähler eindeutig streng rechts sind, rechtsextreme und völkische Einstellungen so in der Umfrage sind bei AfD-Wählern ähnlich stark ausgeprägt wie früher bei Anhängern von der NPD, der DVU und den Republikanern. Wähler der AfD stehen in hohem Maße rechtsextremen Positionen nahe und im Vergleich mit Forsa-Umfragen aus den Jahren 1994 bis 2000 zeigt zudem, dass sich die Einstellung der heutigen AfD-Anhänger kaum von den damaligen Anhängern der früheren rechtsradikalen Parteien NPD, DVU und Republikaner eben unterscheidet. Ja, das war ja auch schon eine These, die wir vertreten haben vor einigen Wochen, als wir ausführlich mal die Wahlergebnisse aus Thüringen analysiert haben. Das sind ja auch nicht nur Thesen, sondern das hat ja hier der Soziologe Matthias Quent in Artikeln und auch in seinem Buch Deutschland rechts außen nahegelegt und das hat das DEW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung herausgefunden. Also das sind, glaube ich, belastbare Tatsachen, dass die Wähler, die Menschen und die Männer und Frauen, die die AfD wählen, das nicht tun aus Protest und eigentlich ist ja auch doof finden, aber sie wissen halt nicht, was sie sonst tun sollen, sondern ihre Einstellungen sind eindeutig rechtsradikal fremdenfeindlich. Und wie gesagt, ich kenne den Chrupalla jetzt nicht, ich glaube aber, man sollte sich nicht davon täuschen lassen, dass Gauland auch auf dem Parteitag ja gesagt hat, wir wollen regierungsfähig werden, wir dürfen es, also der Verfassungsschutz beobachtet ja oder hat die AfD und ihre Jugendorganisation, Nachwuchsorganisation ja zu Verdachtsfällen erklärt und wird intensiv darüber diskutiert, ob man sie nicht wirklich beobachten müsste. Das würde dann bedeuten, Telefon abhören, richtige Geheimdienstliche. Könnte es, könnte es. Das wäre für die AfD insofern ein Problem, als dann natürlich viele Beamte und öffentliche Angestellte sich überlegen müssten, ob sie da noch Mitglied werden dürften oder sein dürfen und die wären natürlich dann auch eindeutig in so eine noch rechtere Ecke gestellt und einsortiert, als sie das ohnehin schon sind. Und deswegen hat Gauland auch gesagt, wir dürfen es dir nicht so einfach machen, unseren Feinden und müssen sozusagen in meinen Worten Kreide fressen und dürfen uns nicht zu extrem äußern. Ich glaube, das sind Tarnungsversuche. Ich glaube, das ist der Versuch, diese rechtsextreme und fremdenfeindliche Politik, die die AfD im Kern und speziell auch mit dem Flügel und Höcke und wie sie alle heißen, ausmacht, das zu verwischen. Ich meine, das ist, glaube ich, relativ klar, oder? Dass das mit Bürgerlichkeit nichts zu tun hat. Die AfD steht einfach nicht komplett für die Werte des Grundgesetzes ein, insbesondere nicht für den Wert, dass allen Menschen Menschenwürde zukommt. Sie lehnen eben ganz bestimmte Menschen ab, aus bestimmten rassischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. Und allein damit ist alles gesagt. Es ist keine bürgerliche Partei, jedenfalls so lange, wie man Treue zum Grundgesetz als Kern einer bürgerlichen Positionierung versteht. Ich habe ja dieses Buch von Quent auch schon mal erwähnt. Ich habe das jetzt mittlerweile durchgelesen. Und ich war ja vorher, dieser Ausgrenzungsthese stand ich immer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber heute würde ich auch sagen, dass man, sag mal, je höher ein Mensch in der AfD ist, desto mehr muss man ihn eigentlich ausgrenzen. Also Wählerin und Wähler nicht, mit denen muss man reden. Ja, genau. Und da ist mir in dem Buch auch klar geworden, was das denn heißt, Ängste ernst zu nehmen. Dass man natürlich den Leuten abnimmt, dass sie Ängste haben. Dass man ihnen auch versucht zu erklären, möglicherweise, dass diese Ängste vielleicht irrational sind, dass wir nicht auf Tatsachen beruhen. Dass die Ängste insbesondere nichts damit zu tun haben, dass in Deutschland der ein oder andere Migrant lebt. Richtig. Genau, sowas zum Beispiel, dass man sie versucht, auf ihre Reflexe aufmerksam zu machen. Ja, dass Angst bestimmte Reflexe auslöst, rassistische Reflexe auch, fremdenfeindliche Reflexe. Aber was man nicht zulassen darf, ist, dass aus dieser Angst Taten werden oder Politik wird. Oder dass man ihnen nicht durchgehen lassen darf, dass aus dieser Angst eine Stimme, ein Kreuz für die AfD wird. Da muss man dann auch mit diesen Leuten Schluss machen. Ich finde, die Zeit muss man sich nehmen, um mit diesen Leuten darüber zu diskutieren, um auf ihre Impulse und auch rassistischen Reflexe aufmerksam zu machen. Und wir haben da ja auch schon drüber geredet, die gibt es in vielen Menschen. Und der Schritt ist ganz wichtig, Leute darauf aufmerksam zu machen. Und viele sind, glaube ich, auch lernfähig. Aber wenn dieser Lernprozess nicht einsetzt, dann kann man nur sagen, Leute, dann bewegt ihr euch außerhalb des demokratischen Spielraums. Und dann habt ihr mit uns nichts mehr zu tun. Dann seid ihr hier raus. Und das finde ich zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Punkt, weil dann ja häufig argumentiert, die AfD ist doch eine demokratische Partei. Und da würde ich immer sagen, naja, also die hat natürlich in demokratischen Wahlen Stimmen errungen. Und sie ist auch nicht verboten. Und das liegt vor allem daran, dass das Bundesverfassungsgericht ja einen extrem restriktiven Maßstab anlegt. Man muss ja eine aggressiv kämpferische Haltung gegen die Ordnung des Grundgesetzes an den Tag legen, um verboten werden zu können als Partei. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Positionen, für die eine Partei ansteht, tatsächlich mit dem Grundgesetz kompatibel sind. Also das ist ja gerade quasi das Spannungsverhältnis. Das ist das Spannungsverhältnis, das ist die Folge dieser sehr strengen Politik des Bundesverfassungsgerichts, dass man im Grunde verfassungsfeindliche Parteien so lange toleriert, bis sie eben nicht aktiv und kämpferisch daran arbeiten, die Ordnung des Grundgesetzes zu beseitigen. Also allein mit dem Argument, eine Partei ist nicht verboten, kann man nicht sagen, diese Partei ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Ganz im Gegenteil. Also ich habe ja gerade schon diese selektive, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der AfD als Beispiel gebracht. Und das ist eben gerade nicht kompatibel mit dem Grundgesetz, das in Artikel 1 festlegt, dass jedem Menschenwürde einfach deswegen zukommt, weil er Mensch ist. Und ich finde, das stellt auch eine Frage an Journalisten, die ja natürlich häufig mit dem Anspruch und dem lange ja auch und wahrscheinlich immer noch legitimen Anspruch an Themen herangegangen sind, beide Seiten zu hören und beiden Seiten zu Wort kommen zu lassen. Und ich finde, dieses Diktum, dieses Mantra wird von der AfD in Frage gestellt. Oder muss man sich zumindest fragen, ob man zu einem Thema einfach beide Seiten hört oder ob man sagt, nein, die AfD bewegt sich außerhalb des demokratischen Spektrums und bestimmte Dinge sind nicht zu debattieren. Bestimmte Dinge sind einfach nicht die andere Seite eines Arguments. Genau, und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Ich würde es allerdings noch ein ganz kleines bisschen differenzieren wollen. Das muss ja nicht zwingend bedeuten, dass man die AfD-Position totschweigt. Das fände ich auch gefährlich, denn dann kommt eben wieder dieser Gedankengang, naja, Lügenpresse, tralala. Sondern die Frage ist, stelle ich diese Meinung als gleichwertig dar bei einer journalistischen Berichterstattung? Tue ich so, als wenn die Unionsposition, die SPD-Position und die AfD-Position alles gleichwertige, denkbare Positionen sind in einer Sachfrage? Oder stelle ich mir konkret die Frage bei jedem einzelnen Punkt, ist das denn tatsächlich noch mit den Werten des Grundgesetzes vereinbar oder ist es das nicht? Und dann im letzteren Fall, wenn das eben nicht mehr kompatibel ist, finde ich, ist es Teil der journalistischen Verantwortung, eben nicht einfach zu sagen, das ist eine von fünf Positionen. Sondern da gibt es demokratische Positionen und dann gibt es rechtsradikale, rechtsextremistische Positionen, die eben nicht mehr vereinbar sind mit den Werten unseres Landes. Auch wenn diese Partei nicht verboten ist oder vielleicht noch nicht verboten ist, bedeutet das aber eben noch lange nicht, dass das quasi eine legitime Position ist, die man mit demselben guten Recht vertreten oder gar wählen kann, wie eben vielleicht eine grüne Position. Aber wie ist das zum Beispiel, wenn die AfD sich zu einer rentenpolitischen Frage äußert und sagt, ja, die Rente sollte um x Prozent erhöht werden? Ja, gerade das ist doch eine spannende Position, weil die AfD in diesem Bereich eine im Prinzip neoliberale Agenda verfolgt. Also wenn man sich mal das AfD-Programm anschaut, das ist ja jetzt schon einige Jahre alt, dann steht da im Wesentlichen ein Verschwurbeltes, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, deswegen kann ich jetzt nicht genau zitieren. Aber im Kern ist das so eine nochmal überspitzte FDP-Linie nach dem Motto, im Wesentlichen soll gespart werden bei den Rennen. Genau, aber soll man die einfach wie eine FDP-Meinung dann darstellen? Ich finde, das muss man eben in jeder Frage einzeln entscheiden, ob das noch eine demokratische, verfassungsmäßige Haltung ist oder nicht. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, nur weil das die AfD ist, darf man darüber nicht reden oder darf man es nicht vorstellen. Das fände ich zu weitgehend, sondern die eigentliche journalistische Aufgabe ist aus meiner Sicht das Einordnen. Und das betrifft nämlich auch die Frage, was heißt denn eigentlich Neutralität? Also wir haben das schon oft gesagt, es gibt in dem Sinne keine Neutralität im Journalismus, weil jeder eine menschliche eigene Haltung zu einem Thema mitbringt. Man kann natürlich die Fakten vollständig vorstellen und man kann seine eigenen Positionen und Hintergründe transparent machen. Aber gerade in diesem Punkt, finde ich, gibt einem ja unsere Verfassungsordnung ein wunderbares Instrument an die Hand, um Positionen auch unabhängig von der eigenen Meinung einzusortieren. Man kann ja zum Beispiel gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als falsch markieren. Man kann, denke ich, unabhängig von persönlichen Überzeugungen sagen, wenn eine Partei bestimmten Menschen ihre Menschenrechte abspricht, zum Beispiel ihre Religionsfreiheit, wenn sie wieder irgendwie hetzen gegen Moslems, dann kann man einfach deutlich sagen, das ist keine demokratische Position. Die Partei ist noch nicht verboten oder nicht verboten, Punkt, weil sie vielleicht nicht kämpferisch genug gegen das Grundgesetz agiert. Aber das ist einfach keine Position, die unter dem Grundgesetz Respekt verdient. Genau, also das glaube ich, das kann ich nachvollziehen, dass man antidemokratische Positionen so nennt und zwar in dem Bewusstsein, dass es ein Faktum ist und keine Meinung. Genau, ganz genau. Also man kann, genau, deswegen ist es, und das ist glaube ich ein Irrtum, der ganz häufig passiert im Umgang mit AfD-Position, dass man so tut, naja, man muss die neutral und wertfrei darstellen, denn ich bin ja jetzt Journalist oder Journalistin. Ich darf mich ja im Grunde, jedenfalls in der klassischen Berichterstattung, anders im Kommentar, aber in der klassischen Berichterstattung, darf ich mich ja dann nicht positionieren und genau das ist falsch. Ich finde, in einer wertegebundener Journalismus kann zumindest bedeuten Treue zur Verfassung und Treue zur Verfassung bedeutet eine islamfeindliche Position, die die Religionsfreiheit von Menschen muslimischen Glaubens nicht anerkennt, ist einfach eine Position, die in unserer Verfassungsordnung keinen Respekt verdient. Das kann man und muss man auch als Journalistin oder Journalist aus meiner Sicht klar so benennen. Wir haben auch ein Thema, das da so ein bisschen mit reinspielt, denn das ist das Attentat in London. Da hat ein 28-jähriger Mann im Zentrum von London zwei Menschen mit einem Messer getötet. Am Freitagnachmittag ist er aus einer Versammlung für, ja, nahe der Bridge, aus einer Sammlung für vorzeitig entlassene Straftäter quasi rausgerannt, hat da wohl schon angefangen, Menschen zu bedrohen. Und dann hat ein Koch den Zahn eines Narwals von der Wand genommen und den Mann mit dem Messer versucht, damit in Schach zu halten. Aber er ist dann aus dem Gebäude rausgelaufen und hat einen Mann und eine Frau getötet und weitere drei relativ schwer verletzt. Und er trug eben auch eine Bombenattrappe am Körper, das wusste man natürlich lange nicht, dass es eine Attrappe ist. Dennoch haben ihn dann Passanten überwältigt, ihm das Messer abgenommen, bis die Polizei dann kam und die hat ihn dann erschossen. Das ist so ein bisschen die Frage, hätten sie ihn nicht festnehmen können, aber er hatte wohl eine Bombenattrappe und da bin ich jetzt nicht so ganz draus geschlau geworden, wie es dann dazu kam, dass er dann wirklich erschossen wurde. Aber so ist es eben passiert. Und dieser Attentäter, der hatte seit 2012 sechs Jahre in Haft gesessen wegen Terrordelikten. Die Nachrichtenagentur Press Association sagt, der Mann sei zu 16 Jahren Haftstrafe verurteilt worden, weil er Mitglied einer Gruppe gewesen sei, die einen Bombenanschlag auf die Londoner Börse verüben und ein Trainingslager für Terroristen in Pakistan einrichten wollte. Und dieser Attentäter, der wurde nun also nach sechs Jahren vorzeitig entlassen und die Times in London schreibt, der Attentäter war aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er zugestimmt hatte, eine elektronische Fußfessel für seine Überwachung zu tragen. Ja, das ist so das, was im Kern passiert ist. Wir haben uns tatsächlich gefragt, sollen wir das nochmal reinnehmen in die Lage? Ja, genau. Wir haben uns das wirklich gefragt. Ich meine, das ist furchtbar, dass zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Auf der anderen Seite kommt sowas auch immer wieder vor. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, kann man da in der knappen Zeit, die wir haben, noch Wesentliches dazu beitragen? Es passieren einfach viele Morde. Ja, es passieren einfach viele Morde. Es passieren jeden Tag Tötungsdelikte. Und wenn man das jetzt herausstreicht, wenn man gerade über dieses Verbrechen berichtet und über viele andere nicht, dann setzt man sich zugleich so ein bisschen dem Vorwurf aus, zu sagen, über islamistische Taten berichtet ihr. Aber zum Beispiel über die vielen Männer, die in Trennungssituationen ihre Ex-Partnerinnen umbringen, berichtet ihr nicht. Was auch ein Bias ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, na, das ist aber doch von zentralem Interesse, wenn ein Islamist eine Straftat begeht. Aber da kann man wieder sagen, warum ist das eigentlich von zentralem Interesse? Wieso betrachten wir als Gesellschaft islamistische Morde mit größter Skepsis und widmen ihnen enorme Aufmerksamkeit, aber die vermeintlich alltäglichen Taten, und denen viel mehr Menschen, und zwar typischerweise zum Beispiel eben Frauen zum Opfer fallen, die betrachten wir nicht. Oder die vielen Menschen, die im Straßenverkehr zu Tode kommen. Wir haben uns entschieden, das trotzdem zu machen, aber genau eben mit dieser kritischen Überlegung. Um einfach diese Aufmerksamkeitsökonomie, der wir da alle unterliegen, mal so ein bisschen einfach transparent zu machen und zu fragen, warum eigentlich gibt es Tötungsdelikte, die uns als Gesellschaften interessieren? Und wieso gibt es so viele andere, mindestens ebenso verwerfliche Taten, wo wir irgendwie wegschauen? Weil eben auch die Tatsache, dass Medien über etwas berichten, bedeutet, es erscheint als etwas Großes. Also ganz platt formuliert, Medien schaffen Realität. Wenn etwas in den Medien vorkommt, dann entsteht bei den Menschen, die diese Medien wahrnehmen, natürlich der Eindruck, das ist real, das ist halt passiert. Das ist ja auch passiert, aber es entsteht ja noch mehr. Es entsteht der Eindruck, A, das ist wahnsinnig wichtig und brisant. B, entsteht der Eindruck, wenn darüber regelmäßig berichtet wird, es ist häufiger, es passiert häufiger, als es in aller Regel passiert. Wie zum Beispiel bei diesen Attentaten, also das Risiko durch einen islamistischen Attentat, durch ein islamistisches Attentat in Deutschland ums Leben zu kommen, ist verschwindend gering. Ja, also jetzt mal gesagt, war es wahrscheinlicher, auf dem Weg zum Breitscheidplatz überfahren zu werden, als dort von einem islamistischen Terroristen umgebracht zu werden. Und in London ist es genauso. Und deswegen haben wir uns schon immer gefragt, sollen Leute wie wir jetzt da nochmal den Scheinwerfer drauf richten? Und dabei auch den Eindruck zu erwecken, ja, das mehr oder weniger ist super brisant, wahrscheinlich passiert es häufiger, als ihr denkt, etc. pp. Okay. Und wie das dann gleichzeitig aber auch immer genutzt wird, zeigt Boris Johnson, der gesagt hat, also ein Ministerpräsident in Großbritannien, jetzt gerade im Wahlkampf, hat gleich gefordert, ja, man sollte doch… Premierminister. Premierminister, was habe ich gesagt? Ministerpräsident. Egal, Premierminister. Prime Minister. Prime Minister. Sollte doch am besten gar nicht mehr Leute vorzeitig entlassen, schon gar nicht, wenn sie wegen Terrordelikten einkassiert wurden, eingeknackt wurden. Und das muss man sagen, also ich würde sagen, es ist eine völlig überzogene Reaktion. Ja, wie viele Leute gibt es, die vorzeitig entlassen werden und sich wieder wunderbar integrieren? Genau. Also wir kennen natürlich jetzt die Statistik von Großbritannien nicht. Aber es sieht sehr nach einer überzogenen Reaktion. Genau, das ist also, das dachte ich auch, als ich dieses Statement von Boris Johnson im Deutschlandfunk hörte, dachte ich auch noch, ja, das ist ja wieder klasse, ne, der Populist, der eine Scheinlösung sofort parat hat, ne, eine Scheinlösung, die wahrscheinlich am Stammtisch ganz schnell auch aufpoppt, ja, dann kann man die Leute eben nicht mehr rauslassen, ja, wegsperren und zwar für immer, ja, wie es damals Gerhard Schröder mal gefordert hat für Sexualstraftäter. Aber es ist eben tatsächlich keine Lösung und zwar insbesondere deswegen, weil natürlich ein Mensch, der jetzt nicht vorzeitig entlassen wird, zwar niemanden mehr angreifen kann, das ist klar. Also in diesem individuellen Fall kann man natürlich sagen, der konnte diese Tat nur begehen, weil er vorzeitig entlassen worden ist. Das versperrt aber den Blick dafür, dass die vorzeitige Entlassung von Straftätern, insbesondere mit Bewährungsauflagen, natürlich deren Resozialisierung total fördern kann, ja. Also das ist kriminologisch eine ziemlich banale Erkenntnis, dass eine langjährige Haftstrafe zu einer Entsozialisierung führt, die Menschen verlieren ihre Freunde, verlieren ihr soziales Umfeld. Mit anderen Worten, eine langjährige Inhaftierung führt zunächst mal zu großen Folgeschäden und zwar nicht nur für dieses Individuum, sondern auch für die Gesellschaft. Denn irgendwann muss man die Menschen ja wieder rauslassen und dann sind sie nach einer langen Haftstrafe im Zweifel weniger in der Lage, sich in die Gesellschaft zu integrieren als nach einer kurzen. Also spricht aus dieser Perspektive vieles dafür, Menschen nicht zu lange einzusperren, insbesondere dann, wenn man sie gut überwacht. Und genau das ist ja im Prinzip ja auch passiert, weil wir natürlich nicht die Augen davor verschließen wollen, dass diese Tat im Einzelfall tragisch ist, insbesondere auch für die Menschen, die da jetzt zum Beispiel, die natürlich getötet worden sind oder für die Menschen, die einen Angehörigen verloren haben. Also das soll bitte niemand falsch verstehen. Wir wollen jetzt hier nicht zynisch werden, sondern unser Argument ist nur, dass gesellschaftlich betrachtet das eine völlige Fehlreaktion wäre und im Zweifel eine sehr schädliche Reaktion, wenn man jetzt davon absehen würde, Menschen vorzeitig aus der Haft zu entlassen unter entsprechenden, in Deutschland würde man sagen, Bewährungsauflagen. Genau. Dazu noch ein Buchtipp. Ich lese gerade Die aufgeregte Gesellschaft von Philipp Hübel und das ist ganz interessant, weil es da um sehr viel psychologische Faktoren geht. Also unter anderem eben auch Angst als Warnmechanismus und wie Emotionen auch politisches Handeln beeinflussen. Wie gesagt, bin gerade am Anfang, aber ist sehr lohnend und da wird nämlich auch klar gemacht, dass Angst ein Warnmechanismus ist, aber in der Regel das Risiko falsch einschätzt. Also Angst ist klar, ist eine Warnung vor einer Gefahr, aber diese Emotion alleine bewertet das Risiko, was tatsächlich besteht, in der Regel falsch, meistens zu hoch und macht aber auch klar, dass wir Menschen eben nicht unseren Gefühlen ausgeliefert sind, sondern durchaus diese Gefühle im Zaum halten können und rational bessere, vernünftigere Schlüsse aus ihnen ziehen können. Wie gesagt, sehr interessant, kann man mal lesen, die aufgeregte Gesellschaft. Übrigens ein Tipp aus euren Kommentaren. Ah ja, sehr schön. Übrigens, um das nur ganz kurz ein bisschen plastisch zu machen, was meinen wir mit diesen Beispielen? Wenn man Menschen auf der Straße fragt, haben sie immer den Eindruck, Kriminalität geht durch die Decke. Immer mehr Überfälle, immer mehr Kinder werden missbraucht und so weiter und so weiter. Guckt man in die Statistiken des Bundesamts für Justiz und des Bundeskriminalamts, kann man nur sagen, das Gegenteil ist der Fall. Deutschland wird Jahr für Jahr sicherer. Das ist ja auch das Argument von Matthias Quent in diesem Buch Deutschland rechts außen, sagt er, dass die Gesellschaft insgesamt große, große, fast auf allen Bereichen große Fortschritte erzielt hat, was Sicherheit angeht, was Demokratisierung angeht, was Freiheitsrechte angeht, was Einkommen angeht etc. Dass aber die Rechten speziell den Eindruck erwecken, Deutschland stünde vor dem Untergang und so ein Angstpanorama an die Wand malen, das einen hohen Handlungsdruck suggeriert und radikale Maßnahmen legitimieren soll. Und in der Regel ist das aber nicht durch Fakten gedeckt. Also im Bereich Freiheitsrechte, würde ich sagen, muss man das differenziert betrachten. Da gibt es natürlich Felder, wo wir Fortschritte gemacht haben. Wir haben aber gerade im Bereich digitaler Überwachung auch dramatische Nachteile verzeichnen müssen. Nö, im Gegenteil, nö, klar. Nur wo du jetzt sagtest, wir haben bei Freiheitsrechten so viele Fortschritte gemacht. Also das ist ein Thema, was mich natürlich als Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte interessiert, weil wir in diesem Bereich ständig klagen. Und da muss man sagen, also gerade im Bereich digitale Überwachung, im Bereich Polizeigesetze kann man von einem Fortschritt der Freiheit nicht reden. Ganz im Gegenteil. Der Gesetzgeber reagiert auf diese gefühlte Unsicherheit, muss man so deutlich sagen, auf diese gefühlte, fiktive, in der Realität nicht bestehende Unsicherheit. Dadurch, dass ständig neue sogenannte Sicherheitspakete beschlossen werden, die im Prinzip eins gemeinsam haben, jetzt mal ganz pauschal, ohne ins Detail zu gehen. Sicherheitsversprechen, die nicht eingehalten werden, die aber zu dramatischen Verlusten für die Privatsphäre führen. Und deswegen ist das auch so gefährlich, wenn man quasi in diesem Bereich nicht faktenbasiert argumentiert. Weil diese gefühlte Unsicherheit, diese fiktive Unsicherheit natürlich reale Konsequenzen hat. Absolut. Und das nimmt, wie gesagt, Hübel da in dem Buch ganz gut auseinander. Könnt ihr mal reinschauen. Wir hatten natürlich diese Woche auch das Klimapaket, was durch den Bundesrat gegangen ist, zu drei Viertel, muss man sagen. Im Wesentlichen ist das Klimapaket jetzt von der Bundesregierung unter Dach und Fach und durchgebracht. Es war ja ein Bundesrat mit vier Gesetzen. Drei wurden vom Bundesrat durchgewunken, eins nicht. Nämlich das Steuergesetz. Das Steuergesetz. Also die Länder haben keine Änderungen verlangt am Klimaschutzgesetz, das konkrete Einsparziele vorgibt und auch den CO2-Preis festlegt. Und es gab auch keine Änderungswünsche beim Emissionshandel in den Bereichen Verkehr und Heizung und Bauen. Sondern im Vermittlungsausschuss ist nur gelandet das Gesetz, in dem es um diverse steuerrechtliche Regelungen geht. Konkret um die geplante Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets, für Fernbahntickets ja auch nur. Und Steuervorteile für die Häusersanierung und für Elektro-Dienstwagen sowie die Pendlerpauschale. Das sind Regelungen, die in diesem Klimapaket ja mit beschlossen wurden eigentlich vom Bundestag. Und die jetzt nochmal in den Vermittlungsausschuss gegangen sind, weil die Länder sich ungerecht behandelt fühlen. Genau, das muss man dabei sehen. Also man könnte ja denken, die Länder hätten da jetzt möglicherweise mal ein Veto eingelegt. Ein vorzeitiges, hätten den Vermittlungsausschuss angerufen. Kurze Fußnote, Vermittlungsausschuss ist ein gemeinsames Gremium von Bundestag und Bundesrat. Das dazu dient, quasi Änderungen zu vereinbaren an einem vom Bundestag eigentlich schon beschlossenen Gesetz. Damit dieses Gesetz im Bundesrat zustimmungsfähig wird. Das ist die Idee beim Vermittlungsausschuss. Man könnte ja denken, die Länder rufen dieses Einigungsgremium an, um zum Beispiel ökologisch so ein bisschen nachzuverhandeln. Darum geht es aber nicht. Es geht ausschließlich um die Kassen der Länder, denn der Bund mutet den Ländern, so die Kritik und die scheint mir auch zutreffend zu sein, geringere Steuereinnahmen zu. Denn von den Einnahmen aus dem neuen Emissionshandel, die dem Bund zufließen sollen, will der Bund nichts abgeben. Aber parallel dazu sollen ja Mehrwert- und Einkommenssteuer in gewisser Hinsicht dadurch sinken, dass bestimmte Steuererleichterungen beschlossen werden. Und diese Einsparungen bei Mehrwert- und Einkommenssteuer belasten die Länderhaushalte, weil die teilweise die Einnahmen daraus bekommen bisher. Das heißt also, Mehrwert- und Einkommenssteuer gehen zum Teil an die Länder. Und wenn der Bund jetzt da großzügigerweise bestimmte Steuerersparnisse beschließt, also zum Beispiel niedrigere Mehrwertsteuer oder technisch muss man formulieren, niedrigere Umsatzsteuer auf Bahntickets, dann führt das einfach dazu, dass die Länder weniger Geld kriegen. Und wie gesagt, die Mehreinnahmen an anderer Stelle fließen aber komplett an den Bund. Und da muss man sagen, schöner Versuch des Bundesfinanzministers, sich da auf Kosten der Länder ein bisschen zu bereichern. Das sollte sich aber eigentlich bereichern, beziehungsweise umzusteuern, ökologisch umzusteuern, quasi zu Lasten der Länder und zugleich dem Bundeshaushalt etwas zu fördern. Das lässt sich aber, denke ich, lösen. Ja, also da war ja die große Frage, war ja noch, können die Grünen, die ja in einigen Landesregierungen sitzen im Bundesrat, noch substanziell und wollen sie es überhaupt substanziell an den größten Kritikpunkten dieses Klimapakets was ändern? Zum Beispiel an dem sehr niedrigen Eingangspreis für eine Tonne CO2, der bei 10 Euro liegt. Forscher sagen, müssten mindestens 50 sein. Die Grünen haben auch etwas in der Gegend gefordert. Jetzt haben sie das nicht gemacht. Also Kretschmer aus Baden-Württemberg hat kritisiert, Schwarz-Rot starte mit 10 Euro je Tonne Kohlendioxid. In der Schweiz sah man schon heute bei 80 und in Schweden bei 115. Also das sei zu wenig. Und trotzdem, haben sie oder konnten sie nichts daran ändern? Ja, also das scheint wohl daran zu liegen, das war ehrlich gesagt in Dokumenten schwer nachzuvollziehen und in der Presse gar nicht nachzuvollziehen. Aber es scheint wohl daran zu liegen, dass der Bund dieses sogenannte Klimapaket aufgespalten hat in verschiedene Gesetze, in verschiedene Einzelgesetze. Vier in der Zahl. Und es gibt ja dann aus der Perspektive des Bundesrates im Grunde zwei Typen von Bundesgesetzen, die sogenannten Einspruchsgesetze und die Zustimmungsgesetze. Bei den Zustimmungsgesetzen, die betreffen insbesondere steuerrechtliche Themen und auch eine Reihe anderer Themen, da braucht man im Bundesrat eine Mehrheit. Das heißt, es muss tatsächlich die Mehrheit der Stimmen zusammenkommen im Bundesrat. Nicht unbedingt die Mehrheit der Länder, die Länder haben unterschiedliche Stimmgewichte, aber du brauchst eine Mehrheit der Stimmen im Bundesrat, sonst kann das Gesetz nicht zustande kommen. Bei den sogenannten Einspruchsgesetzen ist quasi die Default-Einstellung eine andere. Bei den Einspruchsgesetzen gehen die im Prinzip durch, es sei denn, es findet sich eine Mehrheit gegen dieses Gesetz. Und das Problem dabei ist, dass in den allermeisten Koalitionsverträgen auf Landesebene geregelt ist, dass sich das Land im Bundesrat enthält, wenn die Koalitionsparteien sich nicht einig sind. Das bedeutet in der Praxis, sobald eine Partei, die an einer Landesregierung beteiligt ist, der Meinung ist, ein Gesetz soll durchgehen, kann sie auf Landesebene verlangen, dass sich das Land im Bundesrat enthält. Und dann kann keine Mehrheit für einen Einspruch gegen ein Gesetz zustande kommen. Mit anderen Worten, bei Einspruchsgesetzen heißt es, im Zweifel geht es durch und bei Zustimmungsgesetzen bedeutet Enthaltung de facto ein Nein. Das heißt aber, wenn man ein großes Paket wie hier, dieses Klimapaket, in verschiedene Gesetze aufspaltet, die dann teilweise Einspruchsgesetze sind, dann können die im Zweifel durchgehen. Und das scheint hier passiert zu sein im Bundesrat, dass halt die Einspruchsgesetze alle durchgekommen sind und nur das eine Gesetz, das tatsächlich zustimmungspflichtig war, nicht durchgekommen ist. Zurück zu deiner Frage, Philipp, wie ist es mit den Grünen? Auch wenn die Grünen natürlich an verschiedenen Landesregierungen beteiligt sind, wenn die jeweiligen Koalitionspartner sagen, nö, wir stimmen nicht dagegen, wir enthalten uns, dann konnten die Grünen da letztlich auch nichts machen. Und zum Beispiel Winfried Kretschmann regiert ja in Stuttgart in einer grün-schwarzen Koalition mit der Union. Und ohne da jetzt die Details in Stuttgart recherchieren zu können, würde ich mal sagen, die Union hat natürlich gesagt, das Klimapaket geht durch, wir enthalten uns. Es gab diese Woche auch noch eine andere Form des Klimaprotests, möchte ich mal nennen. Aus der ganz anderen Richtung. Aus der ganz anderen Richtung. Es gab nämlich Bauernproteste in der ganzen Bundesrepublik. Tausende von Bauern haben sich auf den Weg gemacht in diverse Städte mit ihren Traktoren und mit ihren Schleppern und waren eben auch in Berlin zugegen. Und am Montag soll es jetzt auch noch einen Agrargipfel geben, also morgen, wir nehmen am Sonntagabend auf, morgen ist Montag. Bei Merkel sollen die Vertreter nochmal gehört werden, drei Stunden, ohne Bundesländer, ohne Opposition und ohne Umweltverbände, lautet die Kritik aus dieser Ecke. Aber es gibt also, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel, das hat man gesehen, wenn man da ein bisschen durch Berlin und andere Städte gelaufen ist, wo die Innenstadt ja komplett lahmgelegt worden war. Initiiert wurde dieser Protest von einer Vereinigung, würde ich mal sagen, ist es Landschaft Verbindung. Das ging wohl los mit so einer Art Graswurzelgeschichte auf Facebook und WhatsApp und die präsentieren sich so auch als Basis Bauernprotest, aber der Bauernverband, also die große, mächtige und auch sehr strukturkonservative Bauernlobby, die hat da schon maßgeblich mitgemischt, auch wenn das vielleicht nicht von ihr ausgegangen ist. Auch die AfD hat wohl diese Landschaft Verbindung Organisation unterstützt und Anlass für diese Proteste, könnte man sagen, ist eine derzeit strengere Agrarpolitik in Deutschland, die sich da anbahnt. Da gibt es, das hat so verschiedene Facetten, da gibt es einmal so eine technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, die jetzt verschärft wird und das betrifft zum Beispiel Schweinezüchter, die ihre Ställe wahrscheinlich umbauen müssen. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der sich da sehr gut auskennt und der sagte halt auch, Schweinezucht in Deutschland, wenn das Ding durchgezogen wird, wird so wie sie heute gemacht wird, dann kaum mehr möglich sein, ohne größere Investitionen, um eben Abgase aus solchen Stellen zu verringern. Dann will die Bundesregierung endlich die Nitratrichtlinie vollständig umsetzen, das ist eine relativ alte Richtlinie schon, die dem Schutz der Grundwässer dienen soll von der EU. Und die EU hat Deutschland in Brüssel erfolgreich verklagt, weil eben die Nitratwerte in deutschen Grundwässern immer noch zu hoch sind und da drohen jetzt Strafen in knapp einer Milliarde Höhe. Wenn das jetzt nicht endlich gemacht wird, jetzt macht das Deutschland, aber das sind eben strengere Vorgaben, die da mit einhergehen für das Ausbringen von Gülle. Man darf weniger Gülle verschütten an weniger Orten und das schränkt die Bauern natürlich auch ein. Und dann gibt es last but not least das Agrarpaket der Bundesregierung, das das Kabinett schon verabschiedet hat. Und da geht es um sowas wie, dass Agrarsubventionen von der EU umgeschichtet werden. Es gibt dann ein bisschen weniger für den reinen Landbesitz von Agrarland und ein bisschen mehr Geld für Umweltmaßnahmen der Landwirte. Es wird vor allen Dingen mehr für den Insektenschutz getan. Also die Bundesregierung will, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat, also speziell Glyphosat, soll Ende 2023, also in drei Jahren, verboten sein. Und bis dahin soll es eben ausfäden. Es soll einen Mindestabstand zu Gewässern für Pflanzenschutzmittel geben. Und ab 2021 schon soll die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und biodiversitätsschädigenden Insektiziden in Schutzgebieten ganz verboten werden. Und als dritter Punkt in diesem Agrarpaket, es soll ein staatliches Tierwohl-Label geben, das freiwillig auf Produkte, auf Frischfleischprodukte in Theken, in Fleischtheken geklebt werden soll, wenn bestimmte Kriterien bei der Aufzucht dieser Tiere eingehalten wurden, die über die staatlichen Mindestvorgaben hinausgehen. Ist aber ein freiwilliges Siegel und soll eben nur für Frischfleisch an der Theke gelten, wo aber nur 30 Prozent des Fleisches überhaupt in Deutschland verkauft werden. Der Rest ist irgendwelche Fertigprodukte, Rouladen und so. Da wird das dann nicht drauf kleben. Ja und da muss man natürlich sehen, dass alles ist natürlich für jeden insbesondere traditionell arbeitende landwirtschaftliche Betriebe schon eine Belastung. Das muss man einfach sehen. Also wenn du halt einfach weniger düngen kannst, wenn du weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen kannst, dann führt das jedenfalls in vielen Fällen zu Rückgängen beim Ertrag. Wenn du ein Tierwohl-Label einsetzt, dann führt das potenziell jedenfalls zu Umsatzrückgängen bei Fleisch, das eben nicht so wahnsinnig tierfreundlich hergestellt worden ist. Mit anderen Worten, das hat Nachteile für die Landwirtschaft. Und das, Philipp, war jetzt Kern dieser Proteste? Ja, das war im Kern, war das schon, war das Anlass für diese Proteste. Die Forderungen waren, weniger Bürokratie, einfache Genehmigungsverfahren, Zitat, realistische und praxisnahe Vorgaben, was immer das dann auch heißt. Die Landwirtschaft, so wird gesagt, sei nicht der einzige Verursacher von Nitrat im Grundwasser. Das ist richtig, aber doch der größte. Und außerdem, was ändert das? Es muss trotzdem weniger werden und die Landschaft muss ihren Beitrag zahlen. Das ist zum Beispiel, wo du das gerade so sagst, das finde ich ein schönes Beispiel für diesen sogenannten Whataboutism. Whataboutism ist eine Argumentationsform, die uns interessanterweise auch im Lageforum ganz häufig begegnet. Wir haben ja eine Kommentarmöglichkeit bei uns, wo man Kommentare zu den Lagefolgen hinterlassen kann. Und da erleben wir auch ganz häufig Whataboutism. Whataboutism ist eine Form, wie man Diskussionen im Internet kaputt macht und entgleisen lässt. Das bedeutet, wir diskutieren gerade über Thema X. Zum Beispiel Firma X ist… Nimm Nitrat im Grundwasser. Genau, Nitrat, da können wir das als Beispiel ruhig nehmen. Nitrat im Grundwasser ist ein Problem. Zentraler Verursacher dafür ist Gülle. Oder ein wichtiger Faktor ist Gülle und Landwirtschaft. Und dann könnte man in einer solchen Diskussion sagen, ja, die Wälder machen aber auch was und dieses und jenes und sonst was. Und dann gibt es auch noch andere Quellen für Nitrat. Im Grundwasser ist auch unbestritten. Genau, und das führt im Wesentlichen dazu, dass eine Diskussion völlig konturenlos wird, weil du natürlich bei jedem Problem immer andere Dinge finden kannst, die irgendwie auch doof und schlimm sind. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass im Ausgangspunkt irgendein Problem zu diskutieren war. Das heißt also, du diskutierst dann nicht mehr über die Frage, was ist mit der Gülle, was ist mit der Düngung und was ist mit der Landwirtschaft, sondern du diskutierst dann alles Mögliche und kommst zu keinem Ergebnis. Und deswegen ist Whataboutism so eine toxische Argumentationsfigur und deswegen moderieren wir das zum Beispiel auch gnadenlos weg. Ja, im Lageforum, wenn jemand einen sinnvollen Beitrag liefert, wird der natürlich freigeschaltet. Aber wenn jemand im Wesentlichen ein völlig anderes Thema aufmacht, dann ist das ein Beitrag, den ich manchmal schreibe ich drunter, das ist jetzt wirklich Unsinn, weil Whataboutism, aber manchmal schreibe ich auch, wird es auch gar nicht erst freigeschaltet, weil das eine Diskussion kaputt macht, weil du dann einfach vom Hundertsten ins Tausendstück kommst. Genau, also die Protestler sagen im Kern, wenn das alles so kommt, dann gefährdet das die Betriebe und die Zukunft des ländlichen Raums. Ja, es machen viele Bauernbetriebe zu und ja, es gibt Belastungen, aber ich glaube, dass das größte Problem, was ich an diesen Protesten sehe, ist, dass so wie die da aufgestellt waren, das allein mit der Haltung war, es soll alles so bleiben, wie es ist. Alles, was da geplant ist, jede Änderung, jede neue Vorgabe, alles böse, kann nicht so sein, es soll alles so wissen, wie es ist, sonst geht das der ländliche Raum unter. Also ich finde, das muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Wenn die sagen, wir brauchen einfache Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie, klingt das zunächst halt plausibel, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich kann nicht einschätzen, wie schlimm das wirklich ist. Aber natürlich ist es im Grundsatz mal eine gute Idee, wenn Verwaltungsprozesse schnell, effizient und am besten auch digital abbleiben. Realistische praxisnahe Vorgaben, da wird es dann schon so ein bisschen heiklar, weil das nämlich häufig bedeutet, lasst uns einfach so viel Dünger und so viel Gift verwenden, wie wir wollen. Weil praxisnah heißt, unsere Praxis ist die, die machen wir heute und was alles, was darüber hinausgeht und diese Praxis verändert, ist nicht praxisnah. Genau. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eben strukturkonservativ und da muss man, glaube ich, sagen, das wird nicht funktionieren. Ich finde auf der anderen Seite aber, dass man einfach die Sorgen insofern ernst nehmen muss, dass man sich fragen muss, was kann man denn tun, um die Änderungen, die in der Landwirtschaft passieren müssen, zu verbinden mit den berechtigten Interessen der Betriebe. Was kann man denn da machen? Wie kriegt man das denn unter einen Hut? Ich denke, die Idee ist relativ klar. Alle diese Maßnahmen, ob sie jetzt den Insektenschutz betreffen, ob sie das Tierwohl betreffen, ob sie das Klima betreffen, die in der Landwirtschaft, die ich jetzt genannt habe, unterm Strich sind das zwar alles unterschiedliche Kapitel, aber diese ganzen Maßnahmen laufen unterm Strich darauf hinaus, dass es größere Belastungen für die Bauern geben wird. Sie würden mehr Geld ausgeben müssen für Ställe, in denen Schweine, Tiere, Geflügel mehr Platz haben. Die Tiere müssen mehr Auslauf bekommen. Sie dürfen weniger Tiere halten pro Platz. Sie dürfen vielleicht weniger düngen, was dann bei einigen Gemüsebauern in der Pfalz vielleicht weniger Ertrag verursacht. Die Blätter sind vielleicht nicht ganz so frisch, weil sie weniger Nährstoffe bekommen und dann können sie das vielleicht nicht verkaufen. Du musst extrem vielleicht auch investieren, um ein größeres Tierwohl zu erreichen. Unterm Strich läuft viel davon auf höhere Kosten hinaus. Und jetzt ist die Frage, jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann sollen die Verbraucher mehr zahlen. Das ist aber nicht so einfach, weil wir ja einen offenen Binnenmarkt in der EU haben. Das heißt, wenn wir in Deutschland teures Fleisch haben, weil wir strengere Vorgaben haben, dann bedeutet das ja, dann gibt es eben ein billigeres Fleisch aus, weiß ich nicht, Polen, Italien, you name it, Frankreich. Das heißt, dann kommt Fleisch aus furchtbarer Massenproduktion mit schlechten Bedingungen für die Schweine, kommt dann eben aus den anderen Ländern. Und unsere Leute, also deutsche Hersteller und Bauern und Landwirte werden ihr Zeug nicht los. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich das Worst-Case-Szenario, denn das führt dazu, deutsche Bauern haben ein Problem und den Tieren ist auch nicht geholfen, denn die leiden dann halt in Spanien statt in Deutschland. Genau. Und gleichzeitig muss man auch sagen, ein Label wird diesem Problem auch nicht her, also gar nicht so, wie es jetzt gemacht wird. Was heißt das eigentlich, Label? Also Label heißt, du kannst halt freiwillig dann auf deinen, wenn du bestimmte Kriterien erfüllst, kannst du dann freiwillig dich diesem Tierwohl-Label unterwerfen und sagen, ich erfülle diese Kriterien, dann darfst du das draufkleben. Aber das sehen Verbraucher, Verbraucherinnen eben nur in der Frischfleischtheke. Da schlägt dann halt dieses Tierwohl-Label auf dem einen Steak, das kostet 30 Prozent mehr und das daneben ist halt 30 Prozent billiger, da klebt es halt nicht drauf. So, das betrifft aber nur das Frischfleisch und das soll auch nur mit Schweinefleisch erstmal beginnen, was in der Theke ist. 70 Prozent des Fleisches in Deutschland wird aber als Fertigprodukt oder sonst wie irgendwie verkauft, als Kohlroulade in Fertigverpackung. Da steht das alles nicht drauf und Deutschland hat sich als Staatsziel das Tierwohl ins Grundgesetz geschrieben und deswegen würde ich sagen, kann man das nicht Verbrauchern und Verbraucherinnen überlassen, das durchzusetzen, zumal nicht mit so einem unwirksamen Label, sondern es braucht halt, und ich habe auch mit jemandem gesprochen, der sich da seit Jahren lang beschäftigt, so ein Agrarforscher, es braucht einheitliche Vorgaben, einheitliche Standards für alle. Mit anderen Worten, normalerweise kann man es mit solchen Labels mal versuchen, solche Labels führen eben zu Transparenz und sie führen dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher die Entscheidung selber treffen können, was möchte ich kaufen und was nicht. Das ist in vielen Bereichen sinnvoll, also zum Beispiel bei der Inhaltskennzeichnung von Lebensmitteln gesund oder nicht gesund ist das eine feine Sache, das Problem ist aber, im Bereich Fleisch funktionieren diese Label deswegen so schlecht, weil eben ganz viel Fleisch nicht direkt an der Fleischtheke verkauft wird oder im Kühlregal, sondern auf allen möglichen anderen Wegen. Das heißt, diese Transparenz führt hier eben gerade ausnahmsweise nicht dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Anreize setzen können für faire Fleischprodukte. Ja und ich finde das Argument auch nachvollziehbar, dass man sagt, das steht im Grundgesetz, das Tierwohl ist Staatsziel. Also das ist ein neues Argument. Genau, das ist noch ein zusätzliches Argument. Genau, das ist ein zweites Argument. Das ist ein zweites Argument. Ein Argument ist, Label wirken hier nicht so richtig. Und das zweite Argument ist, der Staat kann es nicht Verbraucher und Verbraucherinnen überlassen, für besseres Tierwohl zu sorgen und das Klima zu schützen in der Landwirtschaft, sondern das muss der Staat dann übernehmen mit Vorgaben, Standards für alle. Das führt aber zu höheren Preisen. So und jetzt hat auch ein Expertengremium, ein Beratungsgremium der Bundesregierung errechnet, wenn relativ hohe Standards angelegt werden, dann bedeutet das für Deutschland Mehrausgaben pro Jahr für knapp dreieinhalb Milliarden Euro pro Jahr. Also an Mehrkosten, die die Landwirte bringen müssen. Genau, und die kann man eben nicht so unweise auf den Preis aufschlagen, sonst kaufen die Leute im Ausland Billigfleisch. Sonst kaufen die so. Und dann ist die Idee, okay, dann müssen wir das eben ausgleichen. Dann müssen wir als Staat dieses Delta zwischen den Marktpreisen, die normalerweise erzielt werden, und dem, was ein deutsches Stück Fleisch dann nach diesen hohen Standards kosten würde, das müssen wir den Landwirten erstatten. Im Sinne einer, du hältst dich oder du bist gezwungen, dich an sehr klimafreundliche und tierwohlfreundliche Standards zu halten, dafür hast du Mehrkosten. Das ist aber ein, sagen wir mal, ein gesellschaftliches Gut, ein gesellschaftliches Ziel, was wir damit verfolgen, Klimaschutz, Tierwohl etc., deswegen gleich wieder das aus. Und dann ist der nächste Schritt zu fragen, ja, woher kommt denn das Geld? Da will man natürlich dann nicht jetzt, sagen wir mal, neues Steuergeld für verwenden, sondern man würde, so die Idee von Agrarwissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben, man würde bestehende Subventionen umlenken. Also dazu muss man wissen, ein Großteil, also die Masse der Agrarsubventionen, die in die Landwirtschaft fließt, in Deutschland sind sechs Milliarden Euro irgendwie pro Jahr, die fließt auf zwei, die nennen das Säulen. Die eine Säule, der eine Topf ist, das ist die Säule eins, das sind Direktzahlungen. Da kriegt jeder Bauer, jede Landwirtin für ein Hektar Land im Schnitt in Deutschland 280 Euro pro Jahr. So, das kriegen die, egal was das für Land ist, die müssen das nur besitzen, dann kriegen sie 280 Euro im Schnitt in Deutschland für dieses Stück Land. Da gibt es ein paar ökologische Klären, die wirken aber nicht wirklich. So, und dann ist die Idee, und der zweite Pott ist die Säule zwei, dieser zweite Pott ist so ländliche Entwicklung, damit können zum Beispiel Umwelt- und Klimamaßnahmen von Bauern finanziert werden. So, und jetzt wäre die Idee, dieser Agrarforscher zu sagen, na, dann nehmen wir eben Geld aus dieser ersten Säule, wo eigentlich Direktzahlungen, diese Direktzahlungen für den Besitz von Land mit subventioniert werden. Die nehmen wir und sagen, okay, mit diesem Geld wird auch Tierwohl finanziert. Mit diesem Geld bezahlen wir oder entschädigen wir auch Landwirte, Bauern, Bäuerinnen, die halt höhere Standardsanforderungen erfüllen, deswegen höhere Preise kassieren müssen, kriegen sie aber nicht. Und das Delta bezahlen wir aus diesem Topf. Das klingt ja irgendwie erstmal plausibel. Das ist total plausibel, dass man diese Pauschalzahlung mit einer ökologischen Lenkungswirkung kombiniert. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, wir nehmen aus diesem Topf und bezahlen aus diesem Topf dieser Säule eins eine völlig neue Leistung, nämlich Entschädigung für hohe Preise beim Fleisch. Die zweite Idee wäre, bei den Direktzahlungen, also bei der Kohle, die ein Bauer, eine Bäuerin bekommt, nur dafür, dass sie Land besitzt, das knüpfen wir an ökologische Kriterien. Das kriegst du nicht einfach für einen Acker, den du besitzt, sondern das kriegst du, wenn du auf diesem Acker ökologisch anbaust. Das kriegst du, wenn du diesen Acker mit besonders wenig Pflanzenschutzmittel traktierst etc. Es gibt so Ansätze in der jetzigen Verteilung, aber die wirken laut Aussage dieses Experten, mit dem ich da gesprochen habe, nicht. Und deswegen könnte man da sehr viel machen. Das Problem ist natürlich dann, wenn du aus diesem ersten Pot, von diesen Direktzahlungen jetzt auch noch Geld abzweigst, um Bauern für ihre teures Fleisch zu entschädigen, dass natürlich dann weniger für die Bauern überbleibt, die einfach Geld für ihren Hektar Land bekommen. Also da gibt es sozusagen einen Fallheilungsstreit, wird es bei den Bauern geben. Aber ich denke, darum kommt man nicht herum. Die Bundesregierung hat in dem Agrarpaket damit angefangen. Die nehmen einen Teil aus dieser ersten Säule der Direktzahlung und schieben das rüber in diesen zweiten Topf, mit dem sie ökologische Maßnahmen der Bauern finanzieren können. Das ist aber verschwindend gering. Also die erhöhen, die dürfen das sozusagen, die haben das jetzt von viereinhalb auf sechs Prozent hoch gemacht, was sie darüber schaffen. Das sind verschwindend geringe Beträge. Das müsste mehr werden. Das Interessante daran finde ich aber, dass das A von Experten für einen, auch in Expertengutachten für einen gangbaren Weg gehalten wird, um höhere Standards durchzusetzen und sie auch zu finanzieren. Aber dass das vor allen Dingen national geregelt werden kann. Ich dachte immer, landwirtschaftliche Finanzierung, Subventionen, vor allen Dingen Direktzahlungen, das kommt alles aus der EU. Und das geht nur über Brüssel und nur, wenn alle mitspielen. Ist aber nicht so. Ja, das Geld kommt aus der EU, aber die Nationalstaaten haben sehr viel Spielraum, sagt er, dabei festzulegen, wofür wir dieses Geld verwenden. Es muss nicht alles für Direktzahlung verwendet werden, was in Säule eins ist, sondern man kann auch sagen, ja, wir gleichen damit höhere Preise aus, die entstehen, weil wir höhere Standards erfüllen. Wir können das auch, auch die Direktzahlung an ökologische Kriterien binden, mehr als das jetzt der Fall ist. Also da hat die Bundesregierung offensichtlich sehr, sehr viel Spielraum und das finde ich interessant. Und ich glaube, diese Prozesse, das ist einfach, davon werden wir noch viel, viel mehr erleben. Das sind einfach Umbauprobleme. Das sind einfach diese klassischen Transformationskosten, die, wenn wir einfach unsere bislang in Teilen, jedenfalls nicht so wahnsinnig ökologische, auch insbesondere nicht so wahnsinnig tierfreundliche Landwirtschaft, wenn wir die umbauen wollen, in eine Landwirtschaft, die ökologischen Anforderungen und den Anforderungen des Tierwohls entspricht, dann werden einfach bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren oder nicht mehr funktionieren dürfen, die bislang gemacht werden. Und da werden also Leute jedenfalls auf den ersten Blick Nachteile erleben, werden Betriebe umstellen müssen und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Ansatz, Philipp, den du jetzt gerade so vorgestellt hast, da dann eben wirtschaftlich diesen Betrieben auch unter die Arme zu greifen, denn einfach um die Akzeptanz zu fördern. Denn du kannst ja jetzt irgendwie von einem Bauern auch nicht erwarten, dass der große Investitionen vornimmt, die er dann realistischerweise über den Preis nicht refinanzieren kann. Denn letztlich leben die auch in der Marktwirtschaft und ich finde einfach, dass das wieder ein schönes Beispiel dafür ist, wie der Staat da seine Verantwortung wahrnehmen kann, die richtigen Anreize zu setzen, indem er eben bestimmtes Verhalten fördert oder auch bestimmtes Verhalten dann ökonomisch sanktioniert. Ja und der Druck ist deshalb so groß, auch weil die Bundesregierung halt wahnsinnig lange nichts gemacht hat und jetzt eben sehr viel auf einmal gemacht werden muss und deswegen schlägt das so durch. Und da kommt noch ganz viel mehr, also der Mensch, mit dem ich gesprochen hatte, der sagte zum Beispiel, die Landwirtschaft hat ein großer Anteil der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft kommt aus Böden, die ehemals Moore waren. So und wenn man das ernst nimmt und sagt, die Landwirtschaft muss Treibhausgasemissionen reduzieren und das geht am besten über die Moore, dann bedeutet das, dass eigentlich Ackerflächen, die auf Flächen entstanden sind, die vor 100, 150 Jahren mal Mooren waren, dass die stillgelegt werden müssen. Und das bedeutet, dass diese Flächen gewässert werden müssen, das bedeutet, du kannst da keinen Ackerbau mehr betreiben und das ist nicht, dann nicht nur mal hier ein Hektar und da ein Hektar, sondern das sind große Teile von Nordfriesland oder Ostfriesland, Jewe Emden etc., die einfach wieder zu Mooren werden müssen. Und dann musst du da hingehen zu den Bauern und sagen, ja, dir gehört das Land zwar, aber ich als Staat sage, das wird wieder ein Moor und deine Kartoffeln, deine Zuckerrüben, die kannst du mal sehen, wo du die anbaust. Da geht dann allenfalls noch, dass da zwei, drei Bio-Kühe durch den Matsch stapfen, aber richtig intensive Viehhaltung kannst du da nämlich auch nicht mehr machen. Ja klar, das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber ich glaube, das macht schon deutlich, was da so auf uns zukommen wird und das ist dann eben auch genau die Frage, was lässt sich davon eigentlich demokratisch umsetzen, denn das ist immer das Problem, das ist vielleicht dann ökologisch total sinnvoll, aber du musst die Menschen mitnehmen. Du kannst dich nicht als Staat auf so eine, ich sag mal jetzt so eine fanatisch-ökologisch-total korrekte Linie einlassen, die dann aber die Menschen quasi zurücklässt. Das sieht man ja auch an diesen Bauernprotesten. Klar, das war jetzt hier und da auch ganz schön polemisch, was da gelaufen ist, aber eben vor allen Dingen auch nicht sehr konstruktiv. Ja, aber ich finde, sag mal, man sieht daran sehr deutlich, dass da bislang noch nicht genügend Kommunikationsarbeit passiert. Die sehen halt einfach nur, das, was wir bisher gemacht haben, wird schwieriger und man nimmt die bislang einfach nicht mit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, was da inhaltlich geplant wird von der Bundesregierung. Ich sehe nur, man muss da einfach für mehr Akzeptanz werben und was du jetzt gerade vorgestellt hast, geschickte Ausgleichszahlungen scheinen mir da doch einen Weg geben. Apropos Zahlungen, wir schauen noch einmal auf das Stichwort IBAN und damit zugleich auf ein wichtiges Verbraucherschutzthema. Wir haben es ja eben schon bei den Hausmitteilungen angedeutet, wir haben eine neue Kontonummer. Damit haben wir viele Probleme gelöst, die wir mit der alten Bank hatten. Allerdings… Könnt ihr auch nochmal nachgucken, lagedernation.konto, falls ihr uns was spenden wollt. Genau, lagedernation.org slash Konto. Genau, da findet ihr unsere neue Kontonummer, aber nun haben uns auch einzelne Hörerinnen und Hörer von Problemen berichtet, denn diese neue Kontonummer ist formal eine Kontonummer aus den Niederlanden. Die fängt mit NL an. Da haben wir gedacht, völlig wurscht, ist ja alles Europa. War doch die Idee von dem ganzen System. Weißt du, ob das jetzt A, T ist, D, E, F, R oder N, L am Anfang, das sollte, oder G, R oder was auch immer. Das war die Idee an dem ganzen System. An dem IBAN-System, genau. Das sollte eigentlich egal sein. So, da haben uns jetzt einzelne Hörer und Hörer davon berichtet, sie können nicht so ohne weiteres auf so eine niederländische IBAN überweisen. Anderes Problem. Philipp, du wolltest, glaube ich, eine Lastschrift anrichten. Genau, also wir haben ja diverse, zum Beispiel Medien abonniert, Zeitungen abonniert, so haben wir irgendwie Spiegel-SZ rauf und runter und so und da wollte ich dann auch die Kontoverbindung ändern und beim Spiegel zum Beispiel, da ging das, da konnte ich also diese neue NL-IBAN zwar als Bankverbindung eintragen, ich konnte damit aber kein Abo bezahlen. Also, ne, du gibst das deine Bankverbindung an und dann fragen sie dich, ja, welches Produkt möchtest du denn jetzt kaufen? Du sagst, ja, hier, dies hier, dieses 20-Euro-Abo da und dann sagen sie, okay, kannst du haben, welche Bankverbindung hättest du denn gerne, PayPal, SEPA, so, ja, ich hab ja eine SEPA eingerichtet, die nehme ich und dann passiert nichts, also es ist keine Fehlermeldung, es passiert einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht und dann nehme ich PayPal und dann geht's und dann habe ich denen jetzt auch eine Mail geschrieben und gesagt, was ist da los, mal gucken, vielleicht ist es ja nur ein dummer Fehler, aber der Verdacht liegt schon nah, dass die irgendwie auch mit dieser, NL-IBAN ihre Probleme haben. Und da muss man auch ganz klar sagen, hallo, entweder haben wir, wir haben jetzt eine Europäische Union mit einem einheitlichen Zahlungsraum oder wir haben sie nicht. Wir haben deswegen mal beim VZBV, dem Verbraucherzentrale Bundesverband nachgefragt, kann das wahr sein, Philipp? Ja, und der sagt eindeutig, ja, es kann wahr sein, weil wir hören diese Klagen auch, aber nein, es ist eindeutig nicht zulässig. Es ist illegal. Es ist illegal, dass IBANs diskriminiert werden, also dass das mit der einen IBAN irgendwas geht und mit der anderen IBAN irgendwas nicht geht. Nur weil diese IBAN aus dem Ausland sind. Und das hat auch der Mehrfach der Europäische Gerichtshof entschieden, geht nicht. Aber passiert eben immer noch und deswegen haben wir uns entschieden, bei dieser Gelegenheit wollen wir mal so ein ganz kleines bisschen mithelfen, dass Europa auch wirklich funktioniert, eben damit nicht nur die Menschen, damit auch die Menschen in Europa etwas vom Binnenmarkt haben und nicht nur die großen Firmen. Und wir wollen es deswegen mal ganz genau wissen, von wo aus kann man uns Geld überweisen und von wo aus, also von welcher Bank aus leider noch nicht, weil unsere niederländische IBAN diskriminiert wird. Und da haben wir uns gedacht. Genau und ganz kurz, man kann da ja auch tätig werden, also wenn das dann nämlich nicht geht oder man sieht irgendwo geht nicht oder Bank kann das nicht, dann kann man da anklopfen und sie auf diese Urteile hinweisen. Man kann auch sie verweisen an vzbv.de-Marktwächter, also man kann auch dann den Verbraucherzentrale Bundesverband auf diese Banken hinweisen, dann sprechen die die wieder an. Also da kann man so ein bisschen was in Bewegung setzen, dann werden die vielleicht abgemahnt. Also da besteht durchaus eine Aussicht, dass diese Leute aufwachen und dass die ihre Systeme ändern und dass das System endlich, das ist so ein bisschen Ziel der Aktie. Genau, aber damit wir das tun können, müssen wir natürlich erstmal eine gewisse Datenbasis haben und deswegen haben wir uns gesagt, wir crowdsourcen das jetzt einfach mal und wir rufen deswegen auf, spendet uns einfach einen Euro, einen Cent, worauf immer wir Bock habt und versucht es mal, ob ihr von eurem Konto aus auf unsere schöne neue Kontonummer Geld überweisen könnt. Ich würde natürlich auch gerne einen Dauerauftrag einrichten, aber das ist am Rande. Egal, es geht uns einfach nur darum, macht das mal und dann haben wir ein Formular eingerichtet, wo ihr die Ergebnisse eintragen könnt unter lagedernation.org slash IBAN, ja, alles kleingeschrieben bitte, lagedernation.org slash IBAN, da könnt ihr eintragen, von welchem Konto aus ihr gezahlt habt und, nur damit wir wissen, welche Bank das war, und ihr könnt sagen, hat geklappt oder hat nicht geklappt und wenn es nicht klappt, dann bitte mit einem Screenshot, damit wir einfach so ein bisschen sehen, wo das Problem ist. Den könnt ihr noch hochladen, müsst ihr aber nicht. Das Entscheidende ist, wenn ihr das tut, bis zum 13.12., Eingang des Geldes bei uns, dann verlosen wir unter allen Menschen, die das gemacht haben, einen Noise-Canceling-Kopfhörer. Entweder einen Bose QuietComfort oder einen Apple AirPod Pro. Könnt ihr euch aussuchen, wir verlosen das, dann hauen wir euch an. Beides gutes Kopfhörer, genau, das verlosen wir unter allen, die sich in dieses Formular eingetragen haben. Bis zum 13.12. Bis zum 13.12. Das können natürlich auch jene machen, die uns sowieso schon die ganze Zeit unterstützen, unbedingt. Herzlichen Dank übrigens, es sind ein paar hundert Menschen, jeden Monat uns unterstützen. Super, super, super. Haben wir bei der Gelegenheit jetzt auch nochmal irgendwie rausgefunden, dass das wirklich viele sind, die das regelmäßig machen und das ist doch eine erhebliche Stütze, auch die, die ihr für uns darstellt. Und tolles Feedback auch. Tolles Feedback und auch ohne Abzüge und ohne Gebühren, das kommt einfach zu 100% bei uns an, ist natürlich eigentlich mit die beste Finanzierung, wenn man so will. Und genau, also bitte in dieses Formular eintragen, so nach dem Motto, ja, klappt. Oder klappt nicht. Oder klappt nicht, dann Screenshot machen und dann gerne hochladen und unter all jenen, die da in diesem Formular stehen, deswegen auch bitte die E-Mail mit angeben, verlosen wir dann eben einen. Einen dieser Kopfhörer. Einen dieser Kopfhörer. Bis zum 13.12. einfach mal schauen, ob ihr überweisen könnt. Vielen Dank. Ich glaube, so viel dazu, oder haben wir was Wesentliches vergessen? Nee, ne? Nö, ich denke nicht. Da in dem Formular wird E-Mail abgefragt, das Konto wird abgefragt, damit wir a wissen, welche Bank ist es und damit wir euch auch finden. Genau, wir müssen euch ja kontaktieren, wenn ihr gewonnen habt. Insofern, genau, und insofern freuen wir uns auf eure Angaben in diesem Formular in der kommenden, oder in den kommenden 10 Tagen, oder nee, 12 Tagen. So was, wahrscheinlich Ergebnis machen wir dann wahrscheinlich bei der Lage live. Genau, Lage live in Leipzig wollten wir sogar auslosen, haben wir gesagt. Wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen, das live auszulosen, dann, genau. Ja, in diesem Sinne würde ich denken, die Lage der Nation ist abschließend erörtert. Uns bleibt allerdings noch zu erinnern an die nächsten Live-Shows. Wie gesagt, 14.12. in Leipzig, da gibt es noch ein paar Tickets. Und dann im Januar haben wir so eine kleine Tournee. Einmal Hannover, ich meine am 9. und Freiburg am 12. Januar. Tickets kriegt ihr immer unter lage.live. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke auch übrigens für das tolle Feedback, denke ich, was ihr zu den Interviews abgegeben habt, das hat ganz gut funktioniert, denke ich. Genau, wir versuchen das mal weiterzumachen, können Sie sich hundertprozentig versprechen, aber wir versuchen eigentlich dafür zu sorgen, dass so in längeren Pausen dann Interviews kommen. So in Reisen- und Ferienpausen und so, dass wir da, genau. Also im Sommer wird es auch sicher mal irgendwie nicht jede Woche eine Lage geben. Aber wir versuchen jedenfalls so kürzere Pausen irgendwie abzufedern, denn wir hatten großen Spaß damit und ich glaube auch viele Menschen, die uns zuhören. Bis bald, bis dann, tschüss.